So, jetzt haben wir auch ein Mikrofon. Hallo, hallo zusammen. Boah, 22 Leute gleich beim Einstieg. Das ist ja der Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Herzlich willkommen. Oh mein Gott, ich höre mich noch selber. Sekunde gerade mal. Gut, also, ja genau, Stefan hat schon geschrieben, es klappt vielleicht nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich schon so lange hier nicht mehr live war und weil es immer so ist, wenn man, ja, wieder mal irgendwas macht, dann funktioniert irgendwas nicht und dann hat man da wieder das Thema und das Thema. Beispielsweise haben wir gerade keine Musik. Das hat wieder andere Gründe. Das Update auf Big Sur hat einiges versaut. Ich habe mein Mac geupdatet und bin wieder zurück und nie wieder. Anderes Thema. Heute geht es um das Thema Bildkritik. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit gehabt, Fotos einzusenden und ich werde jetzt hier diese ganzen Bilder zeigen und natürlich meinen Senf dazugeben, beziehungsweise ihr habt selbstverständlich auch die Chance, eure Meinung dazu zu sagen, vielleicht zu sagen, ja, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich besser gemacht. Es soll darum gehen, dass, ja, alle in dem Moment von dieser ganzen Geschichte profitieren können. Jetzt gucke ich hier gerade mal noch, dass zwischendurch keine Benachrichtigungen reingehen. Ich glaube, es reicht, wenn ich hier einfach mein E-Mail-Programm beende. Ja, das dürfte schon mal das Größte machen. Ich habe gesehen, gerade hat noch irgendjemand was reingeschickt. Keine Sorge, ich gehe nachher nochmal rein und schaue nochmal durch, falls noch Bilder mit reingekommen sind. Aber wir haben jetzt erstmal eine Übersicht. Ja, ich habe, glaube ich, wie viel habe ich rausgesucht? Moment. 14 tatsächlich. 14 Fotos haben wir hier. Und ja, jetzt schreibt mal in die Kommentare, wer ist denn alles am Start? Ich will mal sehen, was hier alles abgeht. Wer hier mit dabei ist, dass ich mal hier die alten, bekannten Gesichter teilweise wiedersehe. Und vielleicht, hoffentlich, sage ich mal, auch ein paar neue. Schreibt mal in die Kommentare, wer ist alles mit dabei? Genau, eine Eins oder sowas in der Art. Der Eichberger hat das direkt kapiert. Morgen. Morgen, sage ich. Wir haben kurz nach sieben. Altes Gesicht, trotzdem neu dabei. Ja, ich kenne dich ja schon von Instagram. Hallo, hallo. So viel hattest du doch noch nie in einer Bildkritik. Du meinst von der Anzahl der Fotos? Ja, wir müssen mal gucken, wie lange wir heute machen. Das hängt auch so ein klein bisschen hier von eurer Aktivität ab. Und davon, was bei euch hier im Chat, was jetzt hier im Chat los ist. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Eins in den Chat für Prinzessin Matthias. Ja, hier. Das ist bei mir normal. Kaffeetassen sammeln sich an. Es ist mir quasi egal, was da drauf steht. Sie wird einfach benutzt. Es geht ja eher darum, was drin ist und nicht, was drauf ist. Ja, hello, hello. So, Woody ist neu. Mega Wolle. Ach du meine Güte. Ich sehe wirklich ein paar neue Gesichter. Julius aus Stuttgart. Folge schon ewig auf YouTube, aber erst seit Neuestem auf Instagram bei dir. Okay. Ja, auf YouTube geht heute auch noch ein Video online. Das musste leider nochmal neu gerechnet werden. Deswegen werde ich erst nach diesem Stream online gehen. Bisschen spät. Auf YouTube hink ich aktuell ein bisschen hinterher, weil ich sehr auf Instagram aktiv bin. Und weil ich auch sehr viel in die Bundle-Aktion aktuell investiere. Also wer es noch nicht mitbekommen hat. Wobei, ihr müsstet es wirklich alle mitbekommen haben. So viele E-Mails, so viele Stories und alles, was ich bisher darüber gemacht habe. Ja, ich habe eine Bundle-Aktion auf der Seite. Moment. Da ist der Link. Richtig. Da ist der Link. So. Mega Wolle ist echt ein cooler Name. Das ist richtig. So, dann. Hallo Julius. Hallo Elad. Und Dalgrimo natürlich. Den kenne ich auch noch. Ja, manche Namen vergesse ich nicht. Manche dafür deutlich schneller. Weiß nicht genau, woran das liegt. Mein Gehirn ist da so ein klein bisschen unfähig, was Namen angeht. Und ich vermisse tatsächlich die Musik. Hier ist viel zu ruhig. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen zu hell von vorne. So, jetzt nur gucken, dass ich nicht zu dunkel werde. Naja, das Lichtsetup ist nicht so perfekt. Das kann ich besser. Und der Hund im Hintergrund. Und da steht auch noch ein Stuhl. Ach du meine Fresse. Ich war schon mal professioneller. Kommt alles wieder. Kommt alles wieder. Ja, hallo Dennis. Hallo, hallo. Und ich merke sogar gerade, deswegen gefällt mir das Setup hier überhaupt nicht. Moment. Moment. Das müssen wir gleich beheben. Wir müssen ja hier mal direkt den Twitch-Style wieder aktivieren. So, dass man auch weiß, dass wir auf Twitch live sind. So sieht es doch mal ganz gut aus. Ja, vielleicht ist mein Nachbar so nett und legt nicht mit der Purmaschine los. Es war die letzten Tage tatsächlich ruhig. Und ich finde es immer lustig, dass die genau wissen, wann ich Videos aufnehme. Und genau wissen, wann ich, ja, Livestreams habe oder sowas in der Richtung. Als hätte der hier eine Kamera installiert und weiß genau, ah, jetzt macht er was. Das ist wie, dass der Paketbote weiß, wann du aufs Klo gehst. Ich weiß nicht warum, das wissen die auch. Die klingeln nämlich immer genau dann. Oder wenn du, keine Ahnung, gerade in einem ganz wichtigen Telefonat bist oder sowas. Ja, das Thema kennen wir alle. Okay, so, dann muss ich jetzt nur noch mal schauen, dass ich auch hier meine Fernbedienung an den Start bekomme. Ich hoffe mal, die funktioniert wenigstens jetzt ohne groß Mucken zu machen. Oh yeah. Es hat, es fängt tatsächlich gut an. Geht's wieder? Sollte gleich wieder gehen. Jawohl, da bin ich wieder. Ja, ich habe ja gesagt, das ist noch so ein bisschen tricky. Das sind jetzt die ersten Minuten, aber das kriegen wir hin. Meine Fernbedienung geht im Übrigen auch nicht. Kriege ich die jetzt spontan zum Laufen? Remote, no buttons available, log out. Ich glaube tatsächlich nicht. Gut, dann muss ich es halt manuell machen. Die Fernbedienung geht nicht. Ja, genau. Ich habe da eine Fernbedienung, da kann ich über das Smartphone den Rechner steuern. Also nicht den Rechner, aber zumindest mal Streamlabs. Das war ursprünglich auf meinem Tablet, aber mein Tablet, die, man sagt ja immer Spider-App, wenn das Display kaputt ist. Ich glaube, das ist mittlerweile eine enorme Untertreibung. Ich bin auf dem absoluten Kriegsfuß, was Tablets angeht. Ich habe noch nie ein Handy kaputt gemacht. Tatsächlich, noch nie gab es bei mir einen Displayriss auf dem Handy. Tablets, das kann ich im Wochenrhythmus machen. Ich weiß nicht, ich mag die einfach nicht. Das ist sowas Unterbewusstes, glaube ich. So, und Eichberger hat gleich mal hier lecker, Nemano. Du hast dir da gespart, ne? Dann machen wir das jetzt. Jetzt gleich am Anfang. Mal gucken. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Du tust, als hätte ich dich wohl was erwischt, ne? Komm mal her. Ja, komm mal her. Gibt wieder was. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr auf Twitch gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass der Hund nichts zu fressen kriegt, nur weil ich nicht auf Twitch live streame oder sowas in der Art. Also, wer mal hier schaut, das ist extrem leer geworden. Die kriegt schon noch regelmäßig was. So. Da, guck mal. Hier. Feine Maus. Komm mal hier hoch. Komm hoch. Ja, auf, komm hoch. Du bist im Fernsehen. Ja, hier. Fein. Gut gemacht. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Na, jetzt ist es wieder gut. Da, komm, geh auf deinen Platz. Tu mir den Stuhl noch auf die Seite. Das sieht ja grauenhaft aus. So, da sieht ihn keiner. So ist doch mal gut. Och, jetzt nicht doch gleich wieder das nächste. Das ist ja, der Hund wird noch fett. Genau deswegen habe ich es limitiert, dass man das nur zweimal pro Stream machen kann. Komm, krieg's nochmal. So, soll mal probieren, ob das mit auf die Nase legen geht. Komm, hier. So. Du musst auch den Kopf gerade halten. Jetzt ist unter den Schrank gerollt. Komm, kriegst du das. So, ist fein. Geh auf deinen Platz. Das andere kannst du nachher suchen. Okay, gut. So, jetzt haben wir mal alles, was mit Twitch nochmal die ganze Zeit lief, gleich auf einen Schlag gemacht. Ich merke schon, ihr habt's vermisst. Ich hab's ja auch vermisst. Ganz ehrlich. Ich muss das mal wieder öfters machen. Es ist halt sowas. Manchmal schläft's ein. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder da. Das heißt, wir machen jetzt auch direkt das, weswegen ich hier live bin. Und zwar uns die Bilder angucken, die ihr geschickt habt. Dazu gehen wir mal hierher. Ich muss jetzt leider das Ganze so machen. Genau. Wir gehen mal auf den Bildschirm und ich hab keine feste Reihenfolge eigentlich. Und es ist tatsächlich auch so, dass ihr, ich hab's vorhin schon gesagt, selbstverständlich Mitspracherecht habt. Ihr könnt auch hergehen und könnt, ja, was zu den Fotos sagen, die ich gleich einblenden werde. Ihr könnt selber Kritik mit reinnehmen. Ich werde jetzt was zu den Fotos sagen. Ich werde ein Foto aufmachen. Sag was dazu. Schau dann in den Chat rein. Guckt dann, was ihr sagt. Werd auch hier so ein klein bisschen drauf eingehen. Das ganze Thema soll ein Dialog, soll eine Diskussion sein. Ich möchte in dem Moment, dass alle was zu den Fotos sagen können. Und bitte macht das auch. Denn klar, ich helfe den Leuten weiter. Ich möchte aber auch, dass ihr in dem Moment anderen weiterhelft. Und, ähm, ja. Das Ganze wird auf YouTube landen. Eure Kommentare sieht man nicht. Ich werde sie in dem Moment nur vorlesen. Wobei, ganz ehrlich, niemand nimmt einem das Krumm. Man soll in dem Moment ja nur was draus lernen. So, also. Wir fangen an mit dem ersten Foto. Habe ich hier Exif-Daten? Nein. Das finde ich immer schade, wenn ich keine Exif-Daten habe. Also, das Foto ist von Fernand. Und er hat schon mal reingeschrieben in die E-Mail, die ich eigentlich jetzt, jetzt mal auf dem Handy raussuchen könnte. Manche schreiben hier so ein klein bisschen mehr rein, dass man noch so Kameraeinstellungen mit reinbekommt, weil offensichtlich manche nicht wissen, wie man es schafft, was mit Exif-Daten zu exportieren. Soll jetzt kein Vorwurf sein. Äh, das ist, äh, gar kein Thema. Ähm, wo habe ich es denn? Habe ich denn meinen Bildkritik-Ordner? Möchte ich das jetzt suchen? Glauben wir hier, ah, da ist er ja. Genau. Ich hätte nämlich wirklich gerne Exif-Daten zu diesem Foto. So, er hat leider keine reingeschrieben, aber er kommt auf jeden Fall aus Luxemburg. Und das sieht man auch so ein klein bisschen an den Schildern. Ähm, jetzt ist es eine Langzeitbelichtung. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde es auch ganz gut, dass es ein bisschen länger gelaufen ist, als jetzt einfach nur herzugehen und hier, äh, irgendwelche, äh, nur so Einzelspuren mit durchlaufen zu lassen. Aber ich finde, gerade die Langzeitbelichtung ist ein kleines bisschen zu viel. Es sind ein bisschen zu viele Lichtspuren. Finde ich ein bisschen zu krass. Auch weil die gerade so kreuz und quer gehen. Da war wohl ein Laster oder jemand, der durch Pfosten fahren kann mit drin. Ähm, ja, man sieht es auf jeden Fall. Äh, klar, Wasserzeichen. Dazu sage ich eigentlich nichts mehr. Ich habe schon so oft gesagt, dass ich Wasserzeichen hasse und dass ich finde, dass es die Bilder zerstört. Ähm, dass ihr da eigentlich mittlerweile Bescheid wissen müsstet. Ähm, ansonsten, tatsächlich, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ganz gut, auch vom Bildaufbau her. Ich finde es jetzt so ein bisschen, na, blöd, dass dieses Objekt hier steht. Denn wir haben wieder so ein... Es passt irgendwie nicht so zusammen. Das zieht hier relativ viel Aufmerksamkeit auf sich. Auf der anderen Seite haben wir hier sehr, sehr viele Linien. Aber die Linien gehen alle hier rüber. Das ist schon so ein klein bisschen schwierig. Vielleicht das hier... Gut, ich weiß nie, wie es möglich ist. Das sind jetzt einfach nur Tipps und Gedanken. Ähm, so fotografieren, dass die Linien eher darauf zugehen. Dass man beispielsweise von hier hinten fotografiert. Hier von der Richtung oder sowas. Und die Straße geht halt dann mehr in Richtung von diesem Objekt, dass man auch was hat, wo man dann drauf gucken kann. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Da ist auch noch eine Brücke. Vielleicht kann man die irgendwie integrieren oder sowas in der Art. Aber es sind quasi... Die Blickführung geht eher nach rechts. Also man muss hier diese Linien alle entlangschauen. Hier auf diese Richtung. Klar, dieses Straßenschild, das ist extrem prägnant wegen dieser Linienführung. Und dann hat man hier etwas. Ich weiß nicht, wo du die Aufmerksamkeit hinlenken wolltest. Aber das hier passt für mich tatsächlich nicht so rein. Und das Bild ist nicht ganz symmetrisch. Ich weiß nicht, da ist... Ja, ist ein bisschen schwierig zum Teil. Es ist ja klar, immer ein bisschen schwierig, was zu den Fotos zu sagen. Gerade weil man jetzt niemanden entmutigen möchte, möchte ich sowieso nicht. Das soll ja eigentlich nur Leute voranbringen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, es wäre besser gewesen, wenn das hier nicht mit drin gestanden wäre. Auch wenn es vielleicht ganz cool ist. Hätte man anders fotografieren sollen, das Objekt. Und man eben hier auf die Langzeitbelichtung eingeht, auf diese Linien eingeht. Und vielleicht guckt, dass hier was Prägnantes ist. Ist jetzt mit dem Straßenschild. Okay, ja, da gehen jetzt halt die ganzen Linien hin. Das hier. Dafür ist ein bisschen dunkel. Und ich finde es auch ein bisschen zu kalt. Das Bild an sich. Also der untere Bereich, der ist mir zu kalt. Wenn ich jetzt hier gerade mal gucke. Adjust Color. Ja. Temperature. Können wir das noch ein bisschen kälter machen? Ja, wahrscheinlich nicht so geil. Aber es zeigt schon mal, in welche Richtung ich hier gehen würde. Ich würde es auf jeden Fall kälter machen. Dass diese Straßenlaternen hier nicht so krass rüberkommen. Das Gelb so ein bisschen rausziehen. Denn es ist etwas, was bei vielen Bildern ist, die nachts fotografiert wurden. Dass man halt dieses Gelbliche mit drin hat. Und ich finde gerade, wenn man das nicht mit drin hat. Sondern wenn man wirklich so das Gefühl bekommt. Man hat kein Gelb. Man hat so eher etwas Natürliches. So einen natürlicheren Look, wie man es auch bei Tag hat. Wirkt es ultra professionell. Das ist nicht einfach, da hinzukommen. Und ich will jetzt auch niemanden da hin zwingen. Aber es gibt noch mal. Es ist noch mal so ein i-Tüpfelchen. So, jetzt die Frage. Jetzt einfach schauen wir mal, was ihr in dem Moment geschrieben habt. Ich bin froh, wenn überhaupt, was irgendwas ankommt. Ja, Matthias ist auch da. Hallo, hallo. Ich finde es cool. Blau, weiß, rot. Ja, Tatsache. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist tatsächlich genial. Das ist die Farbe von Luxemburg. Die ist, glaube ich, wie Holland, nur andersrum. Ja, blau, weiß, rot. Das ist tatsächlich, das hätte ich niemals gesehen, dass die Farbe von der Fahne auch hier in den Farben wieder gespiegelt wird. Ich gehe halt auf solche Sachen manchmal total eiskalt drauf ein. Und klar erkennt man es jetzt, was farblich abgeht. Hier ist rot, hier ist weiß, hier ist blau. Geile Idee. Trotzdem hätte ich es, man hätte es irgendwie anders machen müssen. Das ist so ein prägnanter Turm, der einfach für mich hier nicht reinpasst. Es ist so ein Gefühl. Ich habe es schon teilweise oft genug begründet. Mich würde es auch interessieren, ob das Absicht mit den Farben war. Tatsächlich. Oder ob ich ihm jetzt das schreibe und dann kommt von ihm sowas so, wow, hätte ich nicht gedacht. Das war auch nur zufällig. Manche denken sich ja unglaublich viel bei den Bildern. Denn das Problem ist nur, dass man es halt eben auch rüberbringen muss und dass die Leute es auch erkennen müssen. Du hast es jetzt erkannt. Ich habe es jetzt nicht erkannt. So. Ich glaube auch nicht, dass der Fernand hier live mit dabei ist. Aber wir werden sehen. Ja. Guten Abend, Semtex. Semtex CH. Das ist Semtex und Schweiz. Naja. Okay. Gut. So viel zu diesem Foto. Wir machen jetzt einfach mal direkt weiter mit dem Nächsten. Auch weil ich jetzt hier leider keine EXIF-Daten da habe. Ich habe so ein paar Tipps dazu gegeben. Beziehungsweise wer möchte, kann jetzt gerne natürlich auch noch was zu schreiben. Nicht negativ gemeint. Nur als Tipp. Ich hätte mehr in die Weite fotografiert, dass die Straße am Horizont endet. Ich finde auch was. Die Schulter irritierend. Die Schulter? Was ist denn die Schulter? Das da. Heißt das so. Schilder. Ah, ja. Okay. Die sind halt nur mal da. Das ist halt das Thema. Die Frage ist immer, worauf konzentriert man sich? Man hätte hier tatsächlich in viele Richtungen gehen können. Auch wenn man jetzt wirklich sowas zuschneidet, dass beispielsweise von rechts und von links Linien drauf zulaufen und man wirklich dieses Verkehrsschild nochmal mit Linien auf den Pfeilen nach unten zeigt und dann hier ist der Fokus. Das ist bei diesen Linien, bei den Autos, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Es ist was, ja, zu Anfang ist es eine geile Idee, das umzusetzen und ich finde es auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Man muss halt ein bisschen gucken, dass gerade bei so belebten Straßen würde ich nicht zu lange belichten, einfach weil es sonst zu kompliziert wird und man viel zu viele Linien sieht. Aber es ist halt leider oft so, dass gerade sowas bildaussagekräftig und von der Gestaltung her schwierig ist, das umzusetzen. Gut. Okay. Also Julius, gute Idee. Ich würde ja sowas ganz gern mal unten an der Straße machen, aber da lebt man, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich habe es tatsächlich schon gemacht. Nicht auf der Autobahn, weil du kannst es auch in der Stadt machen. Du musst dir halt in der Stadt nur einen Punkt raussuchen, bei dem du auch, ja, gefahrlos sowas fotografieren kannst. Da gibt es tatsächlich in Mannheim bei mir eine Stelle, da kann man sich problemlos dahin stellen. Klar muss man aufpassen, weil einen halben Meter weiter rechts fährt die Straßenbahn oder sowas in der Art, aber da kannst du dich wirklich hinstellen, schön an der Kreuzung. Du brauchst ein paar Versuche, du musst ein paar mal abwarten, aber es gibt tatsächlich Bereiche, gerade so Verkehrsinseln oder so Fußgängerüberwege, die in der Mitte nochmal so ein Stück gepflastert haben oder sowas, die eignen sich dafür tatsächlich super. Dann kann man es auch mitten in der Straße machen, das hat immer noch eine komplett andere Perspektive. Ja, okay, so viel dazu. Ich hoffe mal, das erreicht dich Fernand, vielleicht kannst du mal irgendwo in die Kommentare oder per Nachricht oder sonst irgendwas schreiben, ob die Farbkonstellation im Verhältnis zur Flagge Absicht war oder ob du das gerade selber erst entdeckt hast. Würde mich interessieren. Okay, so, das mal zu und wir machen mal direkt weiter mit dem Nächsten. Das nächste ist hier von Clarissa. Und ich glaube, ich brauche nicht mal in die EXIF-Daten zu gehen, um zu sehen, dass das mit einem iPhone gemacht wurde. Jawohl, hatte ich schon direkt im Gefühl. Der Grund, warum man das erkennt, ist meistens der Hintergrund. Der Hintergrund, erstens, er ist scharf. Zweitens sieht man leider bei den Smartphones sehr, sehr schnell, dass halt die Details so ein bisschen ausgewaschen aussehen. Da sieht man, das ist so ein leichtes Rauschen, aber irgendwie auch nicht. Das ist so eine Charakteristik an den Fotos, da sieht man oft, dass das mit dem Smartphone gemacht wurde. Grundsätzlich, ich habe es schon öfters gesagt, Bildschnitt ganz oder gar nicht. Also entweder gehst du so nah an ein Motiv heran, dass du Details fotografierst. Jetzt hier, keine Ahnung, gehst mal hier so auf die Lampe ein. Das wäre beispielsweise möglich. Ich muss ein bisschen gucken auch, wie man hier den Schnitt setzt. Ich müsste jetzt selber, glaube ich, gerade mal probieren. Sowas in der Art. Oder du nimmst wirklich alles drauf. Also so diese Zwischendinge, die sind immer so ein kleines bisschen schwierig. Gerade, weil hier angeschnitten ist, weil hier so leicht angeschnitten ist. Also ich hätte in dem Moment weiter weg fotografiert oder tatsächlich näher ran. Wenn man mit dem Smartphone auch näher ran fotografiert, dann kriegt man eine ganz andere Unschärfe. Dann kriegt man tatsächlich mehr Unschärfe. Und hier ist es so, dadurch, dass man den Hintergrund nicht unscharf machen kann, hätte ich ihn tatsächlich weniger komplex gewählt. Ich hätte was Einfaches, was Minimalistisches gewählt. Eher in der Stadt. Wenn du in die Stadt gehst und hast in der Stadt so einen eher entsättigten Bereich. Grau, weiß oder sowas in der Art. Oder vielleicht auch Glas. Und stellst die Maschine da davor. Dann ist die orange. Und dann muss man sich da wirklich so drauf fest gucken. Man hat gar keine andere Möglichkeit. Das wäre vielleicht eher so die Richtung, die ich in dem Moment gewählt hätte. Weiß jetzt nicht. Oft ist was Persönliches mit dabei. Keine Ahnung. Du magst den Wald. Deswegen hast du die Maschine auch in dem Moment da fotografiert. Ist manchmal ein bisschen tricky. Es ist immer die Frage, wie sehen das andere Leute? Wie siehst du das vielleicht selbst? Das ist manchmal was Unterschiedliches. Man muss es halt rüberbringen können. Ich betrachte die Fotos so, als würde ich sie tatsächlich auf Instagram beim Rumscrollen sehen. Oder sowas in der Art. Und dann mache ich mir meine Gedanken und überlege mir. Was ist das, was mich an dem Foto stört? Was hätte ich vielleicht anders gemacht? Wie sieht das Thema aus? Und entscheide dann entsprechend. Gefällt es mir? Gefällt es mir nicht? Wie es viele andere auch machen. Und die Leute wissen halt eben nicht, dass du einen Wald magst. Beispielsweise. Weiß ich jetzt nicht, ob es ist. Ich interpretiere es jetzt einfach mal rein. Und auf jeden Fall mehr zeigen. Hier. Zu eng angeschnitten. Zu eng angeschnitten. Zu eng angeschnitten. Selbst wenn du jetzt sagst, du kannst den Hintergrund nicht unscharf machen. Würdest es aber gerne. Würdest ihn gerne ein bisschen ausblenden. Nimm ihn einfach drauf. Du kannst es nicht mit dem Smartphone. Es ist ein bisschen schwieriger mit dem Smartphone. Da gibt es auch unschärfe Tools. Aber ne, anderes Thema. Du hast halt keins. Du musst es halt so fotografieren, wie es kommt. Aber auch mit dem Smartphone lassen sich sehr viele Sachen machen. Und gerade hier. Ich weiß nicht, ob ihr mein Autos fotografieren Tutorial kennt. Da kommt im Übrigen demnächst Part 2 raus. Der ist schon geschnitten. Der muss nur nochmal durchgerechnet und hochgeladen werden. Versuche mal, die Maschine entweder kerzengerade von vorne zu fotografieren. Und ein Stückchen weiter von links. Ja. Okay. So. Jetzt die Frage. Was sagen denn andere dazu? Gucken wir gerade mal hier. Stefan muss mal mit dem Hund. Bitte keine Panik. Bin gleich wieder da. Okay. Keine Sorge. Schöne Schwalbe. Schwalbe? Heißt das so? Schade, dass der Reifen und der Lenker auf der linken Seite abgeschnitten wurde. Ja, okay. Leider nicht alles zu sehen. Okay. Dennis, Matthias sind da so ein bisschen meiner Meinung. Eventuell könnte man das Bild ein bisschen weiter weg fotografieren. Und das Bild schwarz-weiß machen. Bis auf das Moped. Uh, Matthias, bitte. Bitte keine Color Keys. Ich hasse Color Keys. Das ist auch so was. Das ist so was Smartphone-like. Fotografiert es doch einfach so, wie es ist. Wenn ihr ein Color Key haben wollt, fotografiert doch ein Color Key. Bearbeitet das bitte nicht. Das ist ebenfalls möglich. Ich habe es vorhin gesagt. Entsättigter Hintergrund. Nicht von der Bearbeitung her, sondern vom Fotografieren. Dann fährt man halt dahin, wo man einen entsättigten Hintergrund hat. Das wirkt 200 Mal besser. Definitiv. Gut. So, ich will das Bild nicht schwarz-weiß machen. Das ist schon ein natürliches Color Key. Ja, kommt schon ganz gut hin. Also man kommt schon in die Richtung. Auf Details achten. Finde das Licht viel spannender. Auf diesen Reifen. Ja. Ja. Aber ich, ganz ehrlich, ja, Details sind cool. Hier ist vielleicht ein bisschen zu viel Licht. Aber, ähm, wenn Details, dann auch Details fotografieren. Wirklich. Richtig. Doch, der Stadi ist da. Richtig. Die Maschine hat mir gefallen. Okay. Sehr cool. Sehr cool. Ach so. Töning, ich habe, Julius, ich habe den Kommentar komplett falsch gelesen. Du findest die Details, äh, und das Licht viel spannender als diesen Reifen. Ja gut, der Reifen gehört halt mit dazu. Ähm, den kann man leider nicht wegmachen. Aber, äh, ich habe es schon vorhin gesagt. Näher ran, Details fotografieren oder weiter weg uns komplett drauf nehmen. Und vielleicht auch von der Seite. Dann ist tatsächlich das Rad, das natürlich sehr nah an der Kamera ist. Und dadurch, dass das Smartphone ein Weitwinkelobjektiv hat, wird es halt so ein bisschen aufgebläht und wirkt viel prägnanter. Und nimmt tatsächlich die Hälfte von dem Bild ein. Also, bei Autos, finde ich, sind die Räder nicht wirklich das Hauptmotiv. Und, äh, sondern das ist eher dieser Bereich. Und, äh, der nimmt halt nur einen ganz kleinen Teil von dem Bild ein. Und das ist halt schon riesengroß und prägnant. Ich hätte es tatsächlich kerzengerader von vorne fotografiert. Dann wäre das hier nicht so extrem gewesen. Wäre das eher so eine schwarze Linie. Und, ähm, das, das Motiv im Hintergrund, also das Moped halt, das, äh, hätte man deutlich besser gesehen. Aber gut, hätte, könnte, müsste. So ist es halt aber. So. Hast es heute nicht mit schreiben. Ich habe es auch manchmal nicht mit lesen. Alles gut. Eskito ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Die bekannten Gesichter hier, ne? Freut mich, freut mich. Oh, ich sehe tatsächlich, dass hier, das müssen wir mal korrigieren. So. Sollte besser aussehen. Ich hoffe mal, es kommt nicht übers Bild. Bei der Fahrzeug, bei Fahrzeugfotografie immer das Ganze aufs Bild oder nur Details wirklich nah aufnehmen. Ganz wichtig, auch die Perspektive, mehr seitlich für eine räumliche Abbildung. Und straight von der Seite oder vorne oder direkt von oben. Ja, Megawollah hat das ganz gut zusammengefasst. Sehr gut. Du bist, du bist Custom Pictures, ne? Habe ich das richtig? Ich und Namen. Gut, also. Zu dem Foto haben wir was gesagt. Ja, okay, gut, gut. Ja, dann ist klar. Also, ganz ehrlich, so viele Autos, wie der schon fotografiert hat. Der war auch schon hier in der Kritik mit drin. Wo er so einen geilen Laster mit HDR und Gegenlicht und boah, was. Ich weiß nicht, ob es ein HDR war, aber es hatte so den Look. Geile Idee. Okay, auf jeden Fall cool und er kennt sich aus mit Autos. Wir müssten eigentlich ein Video zusammen machen. Gut, so. Dann nächstes Foto. Wieder was Interessantes. Das freut mich eigentlich, dass wir auch immer so unterschiedliche Bereiche mit reinbekommen. Das Foto ist jetzt von, ich weiß nicht von wem. Der Name stand nicht mit dabei, aber es kommt auf jeden Fall hier mit rein. Stadikammer in Bilden nicht an. Äh, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Müsste ich nachschauen. Wenn du es vor kurzem erst geschickt hast, kann es sein, dass ich es hier noch nicht mit reingesetzt habe. Da gehe ich aber nachher nochmal durch. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Wenn es nicht ankam, heute Morgen. Uh, Sekunde, Sekunde. Dass ich jetzt hier nichts Falsches sage. Tatsächlich nicht. Ich, ich habe es hier nicht mit drin. Schick es mal nochmal. Also, wenn er was schicken will, gerne an kritik.matthiaswurz.com. Moment. Ich habe eine andere Tastatur. Dann nehme ich es gerne mal mit rein. Ich habe auf die Tastatur umsteigen müssen, weil in die andere, da ist eine halbe Tasse Kaffee reingelaufen. Ich habe sie soweit wieder gefixt. Ich hatte alle Tasten draußen tatsächlich. Und, ähm, jetzt muss ich nur noch schauen, dass die Leertaste hier wieder reingeht. Die ist so ein bisschen tricky. Aber sie geht auf jeden Fall wieder. Ja, getestet habe ich sie. Und, äh, ich habe bei meiner Aktion so die Y-Taste, glaube ich, kaputt gemacht. Wir werden sehen, ob sie nochmal funktioniert. Wenn nicht, gibt es halt eine neue. Okay. Gut. Jetzt, äh, selbstverständlich hier mal zu dem Foto. Darum sollte es ja in dem Moment auch gehen. Äh, was haben wir für Exif-Daten? Ähm, steht da irgendwo was? Ah, es ist zumindest mal im Zoo in Duisburg gemacht. Das, äh, und Kostka hat das gemacht. Der ist hier auch unterwegs. Da ist er sogar schon. Sehr schön, dass du was reinkommentiert hast. Ich sehe direkt, wer das macht. Ich finde alles raus. Okay. Also. Ähm. Das ist jetzt im Zoo gemacht. Zoo hat immer so ein klein bisschen die Einschränkung, dass man natürlich nicht überall hinkommt und dass man nicht, äh, einfach so sagen kann, hey, Perspektive ein bisschen weiter rechts. Gut, dann laufe ich halt einfach mal da lang, weil, äh, zwischen Tier und Mensch ist natürlich ein Zaun und, äh, es wäre ungünstig, das ohne Zaun zu machen. Ähm, beziehungsweise ich glaube nicht, dass eine Versicherung in dem Moment den Schaden decken würde. Ähm, egal. Ich finde es super getroffen. Man hat tatsächlich nicht direkt das Gefühl, dass es in einem Zoo entstanden ist. Klar, Löwen erwartet man in der Wüste. Das sieht jetzt nicht nach Wüste aus. Also, wer zwei Minuten nachdenkt, wird es wahrscheinlich merken. Aber ich finde, du hast es schon mal sehr gut kaschiert, dass man nichts im Hintergrund hat oder sieht, was genau darauf hinweisen könnte. Ähm. Sie sieht so ein bisschen verpennt aus, ne? So, gerade aufgestanden oder... Ich weiß nicht genau. Ist ja, ist schon mal interessant. So. Schärfe ist auch da. Hintergrund hätte ich mir tatsächlich ein kleines bisschen, ja, unschärfer gewünscht. Aber gut, geht. Ist in Ordnung. Ähm. Ein Schnitt vielleicht. Ein Schnitt und die Perspektive, beides ein bisschen runter. Das ist jetzt schwierig, weil ich weiß, dass es nicht immer geht. Ähm. Aber ich finde es echt ein super Foto. Finde ich gut getroffen. Das ist jetzt eher noch so an der Feinheiten arbeiten. Also Perspektive tatsächlich ein bisschen weiter runter. Ist die Frage, was ist da oben? Dann kriegt man das vielleicht mit aufs Bild. Könnte man durch eine Unschärfe kaschieren. Sieht auch nach Teleobjektiv aus. Ähm. Ja, und, äh, die beiden vielleicht mittig setzen. Und weiter von rechts. Also so wirklich perfekt wäre es gewesen, weiter von rechts fotografieren, weiter von unten fotografieren und den Schnitt so ein bisschen weiter rüber. Ja. Das hätte ich jetzt, glaube ich, in dem Moment, das wäre so mein Wunsch gewesen. Aber man weiß natürlich, es geht nicht immer alles. Also, du kannst ja nicht hergehen und kannst sagen, im Zoo, komm, ich steige mal über den Zaun, mal gucken, was der Löwe dann denkt. Der wird schon, vielleicht mache ich ein gutes Foto, bevor er mich erwischt hat. So, dann gucken wir mal, was der Koska schreibt. Keine Spiegelung, rechts war nichts. Was meinst du mit Spiegelung? Okay. Ich finde die Schärfe der Löwen super. Ja. Ticken mehr vielleicht noch. Also, ich kenne Objektive, die schaffen da ein bisschen mehr. Aber gut, man muss, man arbeitet mit dem, was man in dem Moment hat. Gehege, circa 200 Millimeter. Okay, super. Auch genial, dass die in die gleiche Richtung schauen. Ja, nee, also das ist, wirklich, also das Bild hat sehr, sehr viel Gutes. Definitiv. Ich wäre jetzt vielleicht noch hergegangen, bisschen mehr Kontrast reingesetzt oder sowas, dass man auch sieht, dass hier so ein bisschen die Schärfe aus der Mähne noch so zur Geltung kommt. Ich gucke gerade mal, ob ich das hinbekomme hier. Ähm, Adjust Color. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, wenn ich hier JPEGs bearbeite. Ja, aber nur, gut, das war jetzt, das ist jetzt zu viel. Muss mal ein bisschen gucken. Ich mache das ja normalerweise, wenn, dann in Lightroom. Ähm, Oh, Sekunde. Hallo, Nathalie, du bist live auf Twitch. Hey, cool. Wir begrüßen alle Leute. Sekunde, ich mache, ich mache dich mal laut, soll jetzt ganz was sagen. Hallo, liebe Grüße an alle. Das ist die Nathalie, die ihr mit Sicherheit schon öfters mal, äh, bei mir auf Instagram oder sowas in die Richtung gesehen habt. Spontan hier mit dazugekommen. Ganz cool. Ja, wir sind spontan dazugekommen, aber dann, äh, komme ich, gehe lieber auch wieder. Äh, und rufe dich später nochmal an. Genau, ich melde mich bei dir, wenn wir hier fertig sind. Mach's gut. Alles klar, viel Spaß euch. Danke, ciao. Muss mal ein bisschen Leute erziehen, dass die mich nicht ständig anrufen. Ähm, ja, das, das meinte ich in dem Moment. Einfach so ein bisschen Kontrast noch mit rein und, ähm, dann wirkt das ganze Thema nochmal ein bisschen anders, ein bisschen mehr. Vielleicht Hintergrund noch mehr entzettigen, aber das ist jetzt wieder sowas, weißt du, man kann immer noch mehr machen, immer noch mehr machen. Von daher, ähm, ja, finde ich super. Jetzt gucken wir mal, was ihr hier in dem Moment noch seht. Genau. Hätte vielleicht das Gesicht des Löwen etwas mehr in den goldenen Schnitt gelegt. Ähm, sounds super cool. Auch, dass du Bewegungs, und schärfe auf der Pfote des Weiblichen hast. Ja, tatsächlich, ein bisschen. Ein bisschen. Das sollte scharf sein, aber die hat sich bewegt. Uh, cool, was euch alles auffällt. Und das hier in dem HD-Stream. Wobei, er sieht echt nicht schlecht aus. Finde ich ganz gut. Okay. ja, ja, das war jetzt soweit. Bisschen nachschärfen. Können wir auch noch machen. Mal gucken. So. Ich glaube, na, das ist viel zu viel. Hier sowas. Plötzlich kommt wirklich die Details in der Main und alles mögliche noch raus. Also, soll ja einfach so, ähm, ja, Input sein für euch, was ihr in Zukunft vielleicht nochmal anders machen könnt, welche Richtung ihr gehen wollt. Und wenn ihr sagt, ne, gefällt mir nicht, scheiß Idee, dann lass es halt sein. Darum soll es eigentlich nur gehen. Ansonsten, Koska, super Foto. Schön, dass du, äh, das hier mit uns geteilt hast, hier mit reingenommen hast. Und, äh, ja, wir machen mal weiter mit dem nächsten. Gab ja schon einiges Feedback hier. Äh, Julius und alles mögliche haben wir schon einige mit reingeschrieben. Gut. Finde es gut. Bin extra nach Kenia geflogen und habe nicht einen Löwen gesehen. Oh, gerade von Kenia, das ist doch... Ich, ich meine gut, ich kenne afrikanische Länder. Ich war tatsächlich bisher in einem. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Löwen man in dem Moment sieht, aber ich kenne einen Fotografen, der hat mal eine komplette Afrika-Rundreise gemacht. Der hat tatsächlich alles fotografiert. Ich glaube, der hat wirklich alles gesehen, was man in Afrika hätte sehen können. Äh, inklusive Malaria-Infektion. Ähm, also, nicht er, sondern sein Reisepartner. Und der hat Bilder mit heimgebracht. Boah. Ich glaube, der hat 12.000 Euro bezahlt oder sowas. Weiß nicht genau. Gut, der war auch, glaube ich, sechs oder acht Wochen da unterwegs. Gut, also, dann, machen wir mal das Nächste. Dafür, dass es im Zoo fotografiert ist. Ja. Okay. So, das war's. Dann kommt jetzt ein Bild von Matthias. Nicht von mir, sondern von, äh, ich überlege gerade, welcher Matthias. Wir haben hier tatsächlich mehrere. eine Langzeitbelichtung von einem Wasserfall. Und ich finde sogar, eine echt gute. Also, man sieht ja öfters mal so, äh, Wasserfälle, wo man, keine Ahnung, einfach nur Kamera auf den Wasserfall gehalten hat. Und da ist die deutlich besser. Ähm, hier vorne, ist sogar ein Ast mit drin. Der gefällt mir sogar. Ich finde den interessant. Das ist etwas, was tatsächlich, ähm, nicht vom, vom eigentlichen Motiv ablenkt. Aber sowas ist, wo du einfach mal durchs Bild guckst und plötzlich feststellst, haha, guck mal, da ist ein Ast. Das ist, das ist was Cooles. Auch keine komischen Farben mit drin. Klar, hier oben, das Grün in den Bäumen, hätte man vielleicht ein bisschen weniger mit drauf nehmen können. Aber nur so ein Ticken. Gucken gerade mal, ob ich das hier so zuschneiden kann, wie ich das denn gerne hätte. Äh, so, ja, nicht ganz, nicht ganz. Sowas in der Art, meine ich. Sowieso ein bisschen, äh, behelfsmäßig hier einfach mal demonstriert. Ähm, aber sonst, finde ich super. Stehe ich da, welche Belichtungszeit? 24? Oh, 24, 1,4. Uh, das ist cool. Ähm, und, wir gucken gerade mal. Ich finde die Belichtungszeit immer nicht. 4 Sekunden. 4 Sekunden, okay. Ähm, auch hier, vielleicht mal ein bisschen experimentieren, vielleicht auch mal probieren, gerade wenn du sowas öfters fotografieren willst, da einen Polfilter mit reinzubringen. Hat mir tatsächlich bei, äh, meiner, bei den Ferrypools in Schottland, habe ich auch sowas fotografiert. Und da hat es tatsächlich extrem geholfen, sowas dabei zu haben, einfach um diese, diese Spiegelungen und dieses krasse Weiß ein bisschen abzumildern. nicht komplett rauszubekommen, aber ein bisschen abzumildern. Dann kann man hier in das Wasser tatsächlich so richtig geil reinschauen. Und das hier ist nicht so krass weiß, weil das ist schon so ein heller Fleck, der eben auch so ein bisschen ablenkt. Ähm, ja, dass man es halt einfach so ein klein bisschen abmildert. Weiß nicht, die kleinen Matthias, die, 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 die zwei Matthias, streiten sich gerade drum. Nicht meins ist von mir. Okay, gut. So, wenn du den Ast nicht erwähnt hättest, hätte ich ihn nicht bemerkt. Ja, nee, aber es ist tatsächlich sowas, es gibt in vielen Bildern Details, die man erst sieht, wenn man es so ein klein bisschen länger betrachtet. Was ich jetzt vielleicht etwas schade finde, ist tatsächlich, dass hier der Hauptfokus liegt. Da ist der interessante Bereich, eigentlich hier der Stein. Da ist aber nur der Stein. Ich weiß nicht, vielleicht noch so als kleines Extra da irgendetwas hinbringen. Ich weiß nicht was. Es ist nur sowas, ich versuche bei jedem Bild noch mal so ein klein bisschen mit reinzubringen, wo man gesagt hätte, so das bisschen noch und es wäre noch mal besser gewesen, ein deutliches Stückchen besser gewesen. Keine Ahnung. Irgendwas. Dich selbst. Habe ich schon gemacht in Bildern. Dich selbst. Ist anspruchsvoll, aber möglich. Und du darfst dich halt nicht bewegen. So. Habe es probiert, finde es aber ohne Hintergrund zu langweilig. Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, abdunkeln oder sowas in der Art. Da müsste ich jetzt selber rumprobieren. Ja. Das war jetzt nur so ein Gedanke. Mich stört das selber bei den Wasserfällen, dass wenn ich hergehe und habe irgendwie, ich ständig Bäume im Hintergrund, oft sind die ja in Wäldern, oft stehen da ja Bäume nebendran. Mich stört das tatsächlich. Ich hätte das gerne offen, dass mal wirklich gar nichts da ist. Aber das sind halt so Speziallocations, wo man einfach mal ein bisschen suchen muss. Gab es tatsächlich in Schottland einige. Man merkt schon, es fehlt mir ein bisschen, dass ich reisen kann. Island ist mein nächstes Ziel. So. 24-1-4 ist krass. Ja, auf jeden Fall. Kein Polfilter im Einsatz gewesen. Okay. Genau. Felsbrum gefallen mir sehr, sehr scharf und sehr natürlich. Ja, ist auf jeden Fall natürlicher Style. Finde ich gut. Weißabgleich auch sehr gut hinbekommen. Es wirkt jetzt, obwohl ich das Gefühl habe, dass das Grün hier hinten so ein bisschen entsättigt ist. Es ist nicht so grün-grün. Wirkt das tatsächlich natürlich. Genial. Gut gemacht. So, dann. Kein Polfilter, habe ich schon gesagt. Ich soll nochmal ausprobieren. Das Grün im Hintergrund hätte ich etwas dunkler gemacht, dass es etwas nach Urwald aussieht. Ist aber Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen dunkler, ein bisschen entsättigter oder sowas. Kann man ja so eine Verlaufskorrekturebene oder sowas reinschieben. Dann passt die Sache. Hätte die Grüntöne vielleicht noch etwas verstärkt. Okay, Kirchfoto sagt jetzt gerade die andere Richtung. Der hätte auch ein Polfilter geholfen. Ansonsten gefällt mir die Blickführung. Ja, genau. Das war eine Nähe von Oberrammergau. Das muss ich jetzt fast schon wieder googeln. Hat mich getriggert. Letzt im Instagram-Livestream habe ich es gesagt. Ich muss immer alles googeln. Immer wenn mir jemand einen Ort sagt, brauche ich den auf einer Karte. Ich muss das visualisieren. Ah, okay, okay. Ich weiß. Südlich von München. Kurz vor Garmisch-Partenkirchen. Okay, gut. Ja. Du bist ja da direkt an der Quelle. Andi Theke. Hallo, hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe es tatsächlich gefunden. Gut. So. Dann Soweit. Könnt gerne noch was zu dem Thema schreiben. Ich habe mein Part dazu gesagt. Eigentlich müsste ich mit der anderen Hand trinken. Dann ist das Smiley nämlich hier umgekehrt. Wow. Haha. Wäre lustig. Ist es umgekehrt? Ja. Ich trinke mit der anderen Hand. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mal weiter. Gehen wir hier mal zu. So. Und gehen wir mal hier drauf. Was haben wir da? Erste Mal gucken, ob dem Stadi sein Bild mittlerweile da ist. Nope. Stadi, dein Foto ist noch nicht angekommen. Du musst mir noch eins schicken. Ich will dich hier auch noch mit reinnehmen. So. Also. Foto von Joceline. Joceline. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm. Ihr Hund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Licht ist der Hammer. Geiles Licht. Geiler Moment. Super fotografiert. Ähm. Es gibt jetzt eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Und zwar das Bild. Das ist nicht unscharf. Es ist auch nicht verwackelt. Es ist mit einer zweitausendstel Sekunde fotografiert. Da verwackelst du keine Bilder. Es ist tatsächlich scharf. Sieht man hier im Gras. Schärfebereich ist da. Schärfebereich ist theoretisch auch auf dem Gesicht hier. Was mich jetzt stört ist, es sieht tatsächlich so aus, als wäre das entrauscht worden. Und zwar viel zu stark. Als hätte man so ein Entrauschen irgendwie den Regler in Lightroom so ganz nach rechts gezogen. So weit wie es nur irgendwie geht. Es fehlt die Schärfe. So. Sieht man da irgendwo mit welchem ISO-Wert das fotografiert wurde? Es ist auf jeden Fall mit einem 3518 fotografiert. Blende war auf 28. Ich sehe tatsächlich keinen ISO-Wert. Ich finde den nie. Hier stehen immer so viele Dinge, ey. Hier steht sogar die Seriennummer der Kamera. Alter. Hm. Okay. Bisschen blöd. Ich finde es nicht. Und es ist Bild Nummer 6644. Ne. Auf jeden Fall. Super genial. Mein Gedanke wäre vielleicht die Perspektive noch ein kleines bisschen weiter runter. Vielleicht hier oben. Auch wenn ich den Zaun, der passt bildlich echt gut rein. Passt farblich sehr gut rein. Er ist natürlich, er ist so unscharf. Er lenkt nicht zu stark vom Motiv ab, finde ich tatsächlich. Ich wäre aber wirklich hergegangen. Perspektive ein bisschen weiter runter. Und ein bisschen weniger Zaun drauf nehmen. Nur weil er halt wirklich so die Hälfte vom Bild mit einnimmt. Und auch hier oben sehr viel Platz lässt. Ansonsten cooles Bild. Coole Momentaufnahme. Tatsächlich auch wirklich Emotionen im Gesicht vom Tier. Das vergessen auch sehr viele. Finde ich immer toll, wenn man solche Emotionen wirklich auffangen kann. Weil auch Tiere haben Emotionen. Und ich finde es gut. Ich finde es super gemacht. Nur Hund ein bisschen heller. Entrauschen ein bisschen weniger. Und dann wird das schon. Genau. Ich würde gerne wissen, was das für ein ISO-Wert war. Manuell fotografiert. Das ist schon mal super. Gang Control None. Also es ist schon mal nicht in der Kamera entschärft. Äh, entrauscht worden. Aber es steht tatsächlich kein ISO-Wert mit drin. Tja. Schade. Okay. So. Was sagt denn der Rest hier mit dazu? Neu Vignette wäre vielleicht noch gut. Ja. Meint ihr das jetzt auf das Foto bezogen? Oder auf das vorherige? Ähm. So. Findet hier Fotos generell gut? Ich hätte nicht die Geduld, da irgendwo zu warten. Pista. Was ist zum Abdrücken? Okay. Ja, Stefan. Ich kenne das Problem. Ich weiß, was du in dem Moment meinst. Da braucht man echt Geduld. Und deswegen sind auch, äh, oft Tierbesitzer diejenigen, die tatsächlich hergehen und viele Tierfotos machen. Ähm. Einfach auch aus dem Grund, weil man am eigenen Tier üben kann. Und muss sich da niemandem nichts besorgen oder sowas in der Art. Also, ähm. Es dauert. Tatsächlich. Es braucht Zeit. Aber ich finde das lichtmäßig so geil. Tatsächlich. Das ist der Wahnsinn. Das sind meine Mängel, die ich jetzt hier tatsächlich aufzeige. Das ist sowas, das sehe wahrscheinlich ich. Das sehen wahrscheinlich alle anderen nicht. Ich denke mal, es gibt Leute, die bezahlen für sowas. Definitiv. Gut. Ähm. Ähm. Ich mag den Kontrast zwischen Ball und Wiese. Bin mir aber nicht sicher, ob das Orange zu knallig ist. Ja. Tatsächlich finde ich es nicht mal so schlimm. Gerade, weil man so ein bisschen diesen Sonnenuntergangslook noch mit drin hat. Äh. Deswegen passt es aus meiner Sicht sogar ganz gut. Ähm. So. Sind meine eigentlich angekommen? Hab zwei geschickt. Weil ich, äh, verpeilt hab, dass du nur ein Foto rolltest. Also, ich glaube, das ein Foto hab ich bestimmt von dir drin. Wir gucken mal, ob's reinkommt. Wenn nicht, ich schau nachher nochmal durch die E-Mails durch. Alles gut. Ähm. Ich bin heute zwar zum ersten Mal dabei. Und hab verpeilt, dass man dir Fotos schicken kann. Geht das noch? Ja, Philipp, schick gerne rüber. Mal gucken, ob ich's heute noch mit reinnehme. So. Geht noch. Genau, okay, Foto. Richtig. Auf das. Die zwei Matias sind sich einig. Ähm. Hier, ganz ehrlich, keine Vignette. Aus dem ganz einfachen Grund. Vignetten sind nicht immer etwas Gutes. Und gerade, wenn das Motiv prägnant ist und sich vom Hintergrund gut abhebt, wie jetzt der Hund, der ist sehr kontrastreich. Der ist sehr kontrastreich, gerade weil er schwarz und weiß ist und sowas. Und er ist farblos, wenn man hergeht und etwas Farbloses in einen farbigen Bereich reinbringt. Kommt drauf an, wie stark der farbige Bereich gesättigt ist. Wir haben jetzt hier keine zu extreme Sättigung. Kann sich das auch andersrum auswirken. Also Blickführung funktioniert theoretisch auch andersrum. Ist wie ich beispielsweise, wenn ich einen Bereich habe, der ist scharf, aber alles andere ist unscharf. Moment, wenn ich alles habe, das scharf ist, aber ein Bereich unscharf ist, dann kann es auch sein, dass dieser unscharfe Bereich, auch wenn er nur ein bisschen ist, alles auf sich zieht. Kann passieren. Genauso ist es mit Farbe, genauso ist es mit Kontrast. Also hier würde ich tatsächlich keine Vignette setzen. Ähm. Ich mag diesen cleanen, diesen professionellen, diesen minimalistischen, ähm, wie nennt man das? Wenn es keine echten Schwarzwerte gibt. Keine Ahnung. Ich finde den Look cool. Darauf wollte ich hinaus. Ich würde keine Vignette setzen. Tatsächlich nicht. So. Mag das Foto, finde es nur etwas entsättigt. Äh. Passt beim Zaun und Hund. Nur im Gras gefällt mir die Farbe. Ja. Okay. Es hat halt schon so ein bisschen, äh, diesen Oldschool-Look. Sieht aus wie ein älteres Foto. Auf den ersten Blick. Vom Stil her. Kann man mögen, muss man nicht. Ich finde es gut, dass das Gras trotzdem grün ist. Obwohl es teilweise orange eingefärbt sein sollte. Kann jetzt wieder dafür sorgen, wenn ich die Sättigung vom Gras normal mache, dass natürlich die Blickführung nicht mehr funktioniert. Und dass der Hund dann ein bisschen in diesem knalligen Grün etwas untergeht. Von daher finde ich es nicht mal so schlecht. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, der Fokus ist ein paar Zentimeter zu weit vorne. Aber tolles Bild. Ja. Gelbkanal hätte ich noch ein wenig dunkler gemacht. Ein müh, ein müh dunkler gemacht. Gerade weil das Grün entsättigt wurde. Gegebenenfalls das Grün noch etwas dunkler. Das ist reine Geschmackssache. Ja, genau. Ach herrje, ihr könnt alle Bildbearbeitung. Ja, ja, richtig, richtig. Dann muss man es. Ähm, kann man alles lernen. Ich sag's nur. Ist aber auch gar nicht notwendig. In vielen Fällen ist es gar nicht notwendig. Oder man kann es wirklich mit kostenlosen Tools machen. Geht auch. So. Aber wenn das Bild erstmal an der Wand hängt, ist alles vergessen. Tolles Foto. Ja, richtig. Genau. So ist es. So ist es. Tatsächlich muss man echt aufpassen, Bilder an die Wand zu hängen. Zumindest, ich muss da aufpassen. Ich fang an, Dinge zu sehen. Wenn du es jeden Tag siehst, guckst du da jeden Tag drauf. Auch in so einer Größe, dass du halt alles siehst. Und dann stehst du fest. Ah, das. Das. Ah, verdammt das. Ach komm, ich drucke es nochmal. Das passiert tatsächlich öfters. Ich habe auch einige an der Wand. Man sieht es sogar hier. Also, noch nicht an der Wandwand. Moment, jetzt muss ich mich mal. Ich schalte mal hier drauf, dass ihr das auch seht. Da. Ich kann rechts, links hier nicht auseinanderhalten. Da ist ein Hochzeitsbild. Da ist ein Hochzeitsbild. Und da hängt theoretisch auch noch ein Foto. Das könnt ihr nur leider nicht sehen. Kommt. Wird auch noch irgendwann mal hier alles richtig größer, groß gemacht. Dass man, ja, in dem Moment auch hier ein bisschen mehr Farbe mit reinbekommt. Aber das ist, ja, momentan keine Priorität. Und wird irgendwann kommen. Alles gut. Okay. So. Fertig. Nächstes. Und zwar nehmen wir mal das hier. Es geht jetzt stimmungsmäßig komplett in die andere Richtung. Tatsächlich. Krass. Mit Nebel. Passt super geil zur aktuellen Zeit. Und ganz ehrlich, ich hatte heute, heute sah mein halber Tag auch so aus. Und ich finde es ganz gut, dass es zur aktuellen Stimmung passt. Ich habe nur so ein klein bisschen, also mir fehlt so ein bisschen die Symmetrie. Das ist schon mal so Punkt Nummer eins. Mir fehlt Symmetrie. Ich hätte tatsächlich den Schnitt eher so gesetzt. Dann hat man hier so einen leichten Rahmen. Könnte besser sein, klar. Und hier den Baum in der Mitte. Dann ist aber viel klarer, dass das in dem Moment das Hauptmotiv sein soll. Ich zeige euch das gerade mal. So was. Würde ein bisschen besser aussehen. Kann man jetzt noch experimentieren. Weiter hoch, weiter runter oder sowas in der Art. Aber das wäre jetzt mal ein Gedanke, den ich in dem Moment hätte. Aber ich finde es mega cool. Richtig geiler Moody Look. Die Kontraste sind nicht zu stark. Also es würde definitiv nicht wirken, wenn das hier wirklich schwarz wäre. Wenn ich hier jetzt den Kontrast nach oben ziehe. Moment. Erstmal fällt das Bild auseinander. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Sobald das schwarz wird, wirkt das Foto nicht mehr. So, jetzt muss ich es mal wieder reset. Genau. Ist auch so ein bisschen weich. Es ist nicht alles so 100% scharf. So ein bisschen verrauscht. Ach, richtig cool gemacht. Das gehört dazu. Das gehört zu diesem Look. So. Jetzt gucken wir gerade mal. Wie ist das fotografiert? 14 Sekunden. Ja. Mit einer O. Olympus M. Cool. Ah ne, das ist das Objektiv. Gut. Ja. 45 Millimeter. Also ich finde es richtig super. Ist mal was anderes. So. So. Sehr Moody. So. Moment. Sollte mehr Umgebung mit drauf. Oder reduziert auf einen Baum. Ja, genau. Richtig. Matthias, es ist neblig. Klar, es ist etwas verrauscht. Natürliches Rauschen. Ja, ich weiß. Manchmal sage ich auch offensichtliche Dinge. Ich finde den Look cool. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es gefällt mir das Foto. Aber wie du jetzt schon gesagt hast. Bisschen mehr zuschneiden. So quasi wie ich es vorhin gemacht habe. Einfach damit man sich auch auf was fokussieren kann. Und hier diesen Bereich hier. Würde ich weglassen. Würde ich weglassen. Hat immer so ein bisschen was zu tun mit dominantem Motivsymmetrie, Ausgleich im Foto. Klar ist dieser Baum auf der Drittellinie. Aber bitte Drittelregelung nur dann anwenden, wenn es auch einen Sinn hat. Wenn man ein Ziel damit verfolgt. Und wenn man genau weiß, ich mache das aus genau diesem Grund. Und nicht einfach nur, weil ich halt so eine Gitterlinie auf der Kamera angezeigt bekomme. Und weil ich gehört habe, dass ich es auf der Drittellinie ausrichten muss. Das funktioniert tatsächlich nicht mit allem. Beziehungsweise viele wenden es auch falsch an. Dass man die falsche Linie nimmt. Gut. So. Was kommt hier noch mit rein? Da hätte man noch ein bisschen Altertumseffekt. Weiß nicht, wie das in Lightroom Classic heißt. Reintun können. Altertumseffekt. Habe ich jetzt tatsächlich auch keine Ahnung. Bisschen mehr Körnung. Ja, okay. Okay. Das verstehe ich jetzt. Ist doch interessant, was man mit einem Ausschnitt erreichen kann. Das wirkt ganz anders. Ja, definitiv. Definitiv. Bildschnitt. Boah. Ich glaube, mit dem Zuschneiden-Werkzeug kann man Bilder so unglaublich geil verändern. Da brauchst du gar nicht so viel Bearbeitung in der Hinsicht. Also gerade das hier auf diesen Rahmen zu setzen, muss man jetzt ein bisschen gucken, dass der Baum vielleicht mittig ist oder sowas. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Ja, müsste man probieren tatsächlich. Vielleicht auch mal so. Geht auch. Muss man einfach mal schauen, was am besten passt. Ruhig rumprobieren. Ruhig rumprobieren. Ich glaube tatsächlich so, wirklich symmetrisch mittig, wird mir echt am besten gefallen. So was. Ja. Hätte was. Genau. Ja, okay. Genau das meintest du. Altertumseffekt. Das merke ich mir. Wenn ich mir den Regler gleich um in Lightroom. Ja. Nö. Also sowas reicht schon. Wirkt komplett anders. Man kann mit Zuschnitt so unglaublich viel machen. Okay. So. Dann würde ich sagen, nächstes Foto. Machen wir doch einfach mal das nächste. Hier. Revert Changes. Und wir gehen auf ein Foto von Gani ein. Gani, bist du da? Ist hier öfters mal im Twitch-Chat unterwegs. Ich kann mal gucken, ob ich dich hier finde. Ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Ja. Achso, schreib es jetzt auch noch. Jetzt habe ich in der Liste schneller mehr gebraucht als du in dem Moment. So, dann. Wir schauen uns jetzt mal dein Foto an. Ich finde es immer toll, wenn die Leute auch hier live mit dabei sind und vielleicht etwas zu sagen könnten, wenn ich jetzt irgendwelche Punkte noch offen habe. Wir haben wieder eine Langzeitbelichtung. Tatsächlich finde ich es mit einer Zehntel Sekunde interessant. Auf jeden Fall. Man sieht noch so ein kleines bisschen Wasser. Und ich finde es schön, dass du ein Motiv integriert hast. Dass du auch einen Punkt integriert hast, auf den man wirklich schauen kann. Wo man wirklich sagen kann, hier, das ist das Interessante in dem Moment. Und das zieht auch relativ viel Aufmerksamkeit auf sich. Dafür finde ich aber, es ist ein bisschen klein. Das jetzt schon mal so im ersten Moment. Bisschen klein, bisschen weit weg. Man hat auch keinen wirklichen Bezug aktuell tatsächlich zur Perspektive. Dadurch, dass man keinen wirklichen Horizont oder was horizontähnliches sieht. Ich kann tatsächlich gerade nicht sagen, ob das von weiter unten oder von weiter oben fotografiert ist. Ich glaube tatsächlich, so was zwischendrin. Ja genau. Und wieder, also das finde ich geil. Absolut. Finde die Farbgebung richtig cool. Wo ich jetzt aufpassen würde, da oben sind die Steine so leicht abgeschnitten. Hier, hier, hier. Entweder hier wieder so abschneiden, dass es ganz weg ist. Oder so drauf nehmen, dass man eben die Steine da oben auch ganz drauf sieht. Und echt ein bisschen näher an das Blatt. Das Blatt muss irgendwie mehr in den Fokus. Wir haben es, schöne Bild, ich finde es toll, dass es da ist. Ja, aber man schaut als erstes hier auf diesen hellen Bereich. Da auf das Wasser, hier auf das Wasser. Da passiert Action, da ist Bewegung, da ist hell. Hier ist unsere Aufmerksamkeit. Und erst dann kommt der Blick hier runter. Und das finde ich so ein klein bisschen schade. Ich hätte diesem tatsächlich irgendwie mehr Aufmerksamkeit verliehen. Ist klar, jetzt die Frage, wie macht man das? Wie setzt man das am besten um? Siege ich es auf einen anderen Stein? Probiere ich was anderes? Oh, ich gehöre zu den einzigen Menschen, die nach einer Tasse Kaffee müde werden. Genau. Wie kann ich das in dem Moment integrieren? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber das überlasse ich in dem Moment immer ganz euch. Ich hätte es auf jeden Fall prägnanter in dem Moment reingenommen. So. Stimmt, ist ein Eyecatcher. Das rote Blatt reißt alles. Sehr cool. Ja, ist das das Jaworski-Blatt? Was? Was ist denn ein Jaworski-Blatt? Das gibt's. Bild ist unruhig. Das rote Blatt ist ein super Eyecatcher. Ja, richtig. Naja, ein bisschen unruhig tatsächlich. Das liegt... Also ich finde es nicht mal schlecht. Ich finde es nicht mal schlecht. Es ist keine komplette Langzeitbelichtung. Dass immer alles glatt gezogen ist und sonst irgendwas. Es ist sowas zwischendrin. So was... Keine Kurzzeit, aber auch keine Langzeitbelichtung. Das Wasser, man sieht, dass es extrem fließt. Stärker als sonst. Dieses Verschwimmen von dem Wasser ist viel stärker. Aber du siehst noch Details mit drin. Ich finde es eine geile Kombi tatsächlich. Sieht man selten. So, krass. Erst dachte ich, es ist viel zu lang belichtet. Beim zweiten Mal hinschauen finde ich es einfach geile Kunst. Das Grau passt perfekt zum roten Blatt. Ja, richtig. Jetzt habe ich einer schneller. Ja, mit der Perspektive tiefer, dass das Blatt mittig kommt. Wäre eine Idee tatsächlich. Die Steine oben sind etwas abgeschnitten. Vielleicht etwas flacher von der Perspektive. Aber die Farben sind super. Und die Schärfe ist auch sehr gut. Ja, genau, richtig. Schreiben kann ich auch nicht mehr. Tiefer, ja mit V. Okay, ich verstehe, was du meinst. Kein Thema. Solange man es versteht, manchmal verstehe ich es nur nicht. Oder kann es auch nicht richtig lesen. Das habe ich auch öfters. Müssen wir hier mal größer machen. Ich habe wieder vergessen, wie das geht. Ach so, verstehe ich es nicht, warum man es Jaworski-Blatt nennt. Nur weil es auch verwendet. Gut, okay. Finde die Dynamik im Bild auch super. Die ein Zehntel Sekunde ist super gewählt. Ja, genau, richtig. Das war auch meine Meinung. Also daran würde ich nichts ändern. Farben sind mega geil. Nur das Blatt ein bisschen größer. Ein bisschen prägnanter. Dass man tatsächlich sieht, dass es vorhanden ist. Und dass man nicht beim ersten hingucken, das komplett übersieht. Und erst ein bisschen darauf achten muss. Würde ich vielleicht nicht machen. Es ist ein bisschen Ausprobieren-Sache. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Du hast jetzt gesehen, einige finden es mega cool. Ich würde vielleicht eher ein bisschen näher aufs Blatt reingehen. Perspektive runter ist zum Beispiel ein ganz guter Vorschlag. So. Genau richtig. Regt zum Hinschauen an. So sollte es sein. Das ist auf jeden Fall richtig. Okay, also man sieht tatsächlich, mit was das fotografiert ist. Das würde mich jetzt noch interessieren. 18,55, das hat KIT-Objektiv. Und ich sehe die Kamera leider nicht. Aber das ist eine APS-C Kamera auf jeden Fall. Also eine Einsteiger-Kamera. Ich schätze mal... Drei-stellige Kennen-Serie. Ich habe Angst, in die Kommentare zu schauen, weil es da wahrscheinlich drin steht. Gar nicht, schreib es mal rein. Ich will wissen, ob ich recht habe. Drei-stellige Kennen-Serie. Die 3500 von Nikon. Ah, verdammt. Verdammt. Ich war schon die richtige Richtung. Man sieht nicht alles. Kann ich das hier sehen? Das wäre ja mal lustig. Ja, ich sehe es. Okay, gut. In Ordnung. Nee, auf jeden Fall. Julius auch. Alles gut. Einfach mal so raten. Man sieht es tatsächlich nicht. Sieht man echt in den seltensten Fällen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Ein Foto von Jesch. So, oh mein Gott, das ist cool. Es hat echt was Cooles. Wasserzeichen zum Beispiel. Ich finde es tatsächlich mega geil, dass die Wolken unten sind. Das gibt diesem Bild sowas geil Surreales. Dann kommt jetzt natürlich wieder der Enthusiast, der mir zum Vorschein. Das Bild ist nicht gerade. Gerade diese Horizontlinie, die kippt so ein bisschen weg. Und man kann sich da tatsächlich sehr, sehr gut an Gebäuden orientieren. Hier, guck doch mal auf den Kirchturm. Moment. Da. Der ist nicht viel schief. Es ist nur ein bisschen. Ich kann auch näher rangehen. Hier. Es sind halt jetzt nur ein Pixel schief, weil er so klein ist. Aber an sowas kann man sich orientieren. Und an sowas kann man Bilder gerade stellen. Und dann hat man auch die Gesamtwirkung ein bisschen gerader. Klar, die Welt ist nicht gerade. Aber ich sehe auf diese Entfernung jetzt, dass alles so ein Ticken nach links geneigt ist. Und gerade das bisschen sollte auf jeden Fall noch drin sein. Ich finde es ein cooles Licht tatsächlich. Ich finde es auch ganz cool, dass man hier, auch wenn die Straße jetzt hier ein bisschen weiter nach links geht, aber dass man hier, wenn man so ein bisschen die Linien entlang schaut und hier die Baumlinie entlang schaut, dass man auch hier zum Motiv kommt. Wenn man hier die Linie entlang schaut, kommt man zum Motiv. Die Linie entlang schaut. Es läuft alles hier auf dieses kleinen Dorf, Kirchturm, whatever, ich weiß nicht genau, was das ist, zu. Es gibt jetzt tatsächlich zwei Dinge nur, die mich stören. Klar, das ist schief. Und der Vordergrund. Der Vordergrund passt nicht mit rein. Dieses Gebüsch, Blätter, ich weiß nicht genau, was es ist. Sie sind sehr unregelmäßig, sie verdecken sehr viel. Da hätten Details drin sein können, wo man sagt, das wäre cool gewesen. Und sie vernichten so ein bisschen das Surreale. Wenn die nicht gewesen wären, sähe es tatsächlich aus wie so das Land in den Wolken. Tatsächlich. Mega geil. Das Land in den Wolken. Wir haben hier auch noch eine andere Farbe, die auch nochmal ablenken kann. Ich hätte die tatsächlich rausgelassen. Irgendwie zur Seite gebogen, Kamera höher oder sowas in der Art. Irgendwie weiter nach rechts oder so. Ganz ehrlich, wenn ihr Unschärfe mit reinnehmt, sollte diese Unschärfe allen drei Blickrichtungsregeln entsprechen. Sie sollte unschärfer sein, also diesen Vordergrund, dieses unschärfer Vordergrund. Sie sollte klar unschärfer sein. Dann sollte sie nicht gesättigter oder farbiger sein als das Motiv. Und sie sollte nicht deutlich vom Kontrast abweichen. Also jetzt nicht so was extrem Helles vor die Kamera oder was extrem Dunkles. Kann auch vom Motiv ablenken. Und natürlich sollte sie nicht zu viel verdecken. Also, hier auf jeden Fall nicht ganz so... Ich würde das rausmachen. Tatsächlich. So, mal gucken. Gucken wir gerade mal hier. Vielen Dank euch allen. Ja klar, gerne Gani. Auf jeden Fall. Deswegen läuft das Ganze ja hier. Fast wie ein See in den Wolken. Ach, fast wie ein See die Wolken. Jetzt habe ich es. Sehr schön. Ja genau, wie im Märchen. Licht auf dem Bild finde ich klasse. Genau, Philipp. Finde ich auch. Sehr schön. Ich liebe den Blick über die Wolken. Die Berge sind scharf. Und das Sonnenlicht kommt super. Leider schief. Ja, das habe ich ja schon angekündigt. So ein bisschen... Kommt vor. Tolles Foto auch von Matthias. Pervers mit dem Nebel. Richtig gut. Oh ja, genau. Richtig. Sehr cool. Morgen klingelt der Wecker bei mir auch um 5. Hä? Ich habe gar nicht Wecker gelesen. Und das stand weiter hinten. Wow, was ist mit mir los? Hoffentlich hast du im Pfälzerwald Bodennebel. Ja, leider nicht. Okay, Kirchfoto. Dann solltest du vielleicht nicht mehr so lange machen. Aber trotzdem cool, dass du hier mit dabei bist. Heute hatten wir Pfälzerwaldnebel. Ja, hatten wir. Auf jeden Fall. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Und plötzlich war die halbe Stadt verschwunden. Die Ästen müssten halt weg. Ja, genau. Äste müssten weg. Matthias streams seit einer Stunde 32 und 45 Minuten. Ich weiß, wir sind bei der Hälfte. Haha, das geht noch ein bisschen weiter. Wir machen noch gleich kurz eine Pause. So, Vordergrund macht Bild gesund, aber in dem Fall tatsächlich raus mit den Ästen. Ja, genau. Richtig. Erst recht, weil es mir auch das Gefühl gibt, ich stehe auf etwas. Das nimmt ein wenig die Illusion, dass man über den Wolken ist. Tatsächlich würde ich es in dem Moment wirklich so aussehen lassen, als würde der Fotograf fliegen, auch wenn es nicht so ist. Ich finde das Bild ultra geil. Und das wäre für mich tatsächlich ein Foto, wo ich mich drüber ärgern würde, dass die Äste drin sind. Und ich würde mir jetzt wirklich die Mühe machen und die rausretuschieren. Kein Scheiß. Ich finde das Bild geil. Ist eine tolle Idee, ist eine tolle Situation. Ich finde es auch super, wenn du Nebel hast und wenn die Sonne trotzdem noch so rauskommt. Das ist eine... Boah, ich finde es genial. Das findest du nicht oft. Also, yes, drüber nachdenken, ob... Ich hoffe mal, ich habe den Namen richtig geschrieben. Drüber nachdenken, ob es sich lohnt, wirklich Vordergrund mit aufs Bild zu nehmen, irgendwas mit reinzunehmen oder vielleicht eher nicht. Manchmal erscheint es wie eine gute Idee, aber ich habe gesagt, bitte Blickführung beachten. Okay, gut. Wir machen noch ein Foto. Dann gibt es mal kurz einen um die Ecken gehen und Kaffee auffüllen Pause. Fünf Minuten oder sowas. So. Oh yeah. Ein Foto von Sebastian. Leider keine EXIF-Daten, aber etwas Anspruchsvolles. Etwas Anspruchsvolles in der Hinsicht, dass es bei Nacht fotografiert wurde. Sowas finde ich immer cool. Ich finde es immer cool, wenn Bilder bei Nacht entstanden sind und gerade wenn sie auch noch farblich so ausgeleuchtet waren. Hier wurde definitiv mit einem Blitz gearbeitet. Sieht man, sie hat von oben sehr viel natürliches Licht, das auch viel heller ist als beispielsweise, was sie sonst so rundherum abbekommt. Also ich habe echt, es wurde definitiv mit einem Blitz gearbeitet. Machen wir es mal ein bisschen größer. Dann sieht man es vielleicht auch. Ja. Ich finde jetzt, hey, mein Rechner macht mal wieder komische Dinge. Ich finde jetzt tatsächlich schade, mehrere Dinge schade. Erstmal, ich weiß nicht genau, was das hier hinten ist. Es bringt manchmal so eine andere Farbstimmung mit rein. Ja, aber es sorgt halt auch dafür, dass hier oben sehr viel Abstand ist. Vielleicht ein bisschen zu viel. Und es ist allgemein ein kleines bisschen schwierig. Es wirkt ein wenig schief. Klar, es ist schief. Aber es ist für mich nicht schief genug. Wenn man jetzt das Ganze schief wirken lassen wollte und wenn auch ihr Gesichtsausdruck so ein bisschen, der wirkt so ein bisschen traurig, so ein bisschen anteilnahmslos, nachdenklich, kann man vieles rein interpretieren. Und es ist ein bisschen schief. Kann in dem Moment eine gute Bildwirkung sein, wenn man das ausdrücken wollte. Ist halt ein bisschen schwierig, das jetzt zu erkennen, wenn in dem Moment nicht viel, wenn man nicht viel rein interpretieren kann. Ich gucke jetzt tatsächlich mal, ob ich das Bild von Sebastian finde. Der hat mir das ja in dem Moment in die Bildkritik reingeschickt. Vielleicht bist du auch da. Nee, sehe ich dich gerade nicht. So, nee, okay, schreibst nur, würde auch gerne Teil der Bildkritik. Würde auch gerne Teil deiner Bildkritik-Reihe sein, wahrscheinlich. Ähm, gut. Schön, dass es nicht nur mir passiert, sondern auch anderen. Ähm, ja, also. Grandiose Lichtsetzung. Richtig geil gemacht. Schöne Farbstimmung. Auf jeden Fall. Auch wenn mich das Blau hier hinten ein bisschen irritiert. Und ich es, na, vielleicht eher nicht mit drauf genommen hätte. Ähm. Ansonsten weiß ich nicht genau, was du stimmungstechnisch mit dem Bild ausdrücken wolltest. Wenn es wirklich so Richtung Traurigkeit, Depression oder Nachdenklichkeit geht, finde ich die allgemeine Stimmung von dem Bild so ein bisschen eigenartig. Die passt da nicht so wirklich dazu. Ähm. Ich hätte vielleicht emotionsmäßig einfach was anderes mit reingenommen. Das ist so meine grobe Idee. Und, äh, entweder ganz schief oder schiefer. Äh, im Moment, ganz schief oder gerade. Das wollte ich eigentlich sagen. Wobei schief ganz gut zu, ähm, eben zu einer Emotion passen würde. Genau. Jetzt gucken wir gerade mal, was, äh, die anderen sagen. Vordergrund macht Bild gesund. Ja, genau. Kamera würde mich interessieren. Äh, Julius, es ist tatsächlich so, dass du gar nicht mal so krasse Kameras brauchst, um auch bei Nacht fotografieren zu können. Was du brauchst, ist ein gutes Objektiv. Denn wenn du ein Objektiv, eine Offenblende von 3,5 oder von 4 hat, dann ist das nicht sonderlich hell. Hast du jetzt ein Objektiv mit einer Offenblende von 1,4, sind das zwei Blenden heller. Das ist ein Unterschied. Nicht, dass ich mich jetzt verrechne. Ich glaube von ISO 3200 und ISO 800 bin ich da komplett falsch. Auf jeden Fall, Wahnsinn, was du mit sowas erreichen kannst. Und er hat auch mit einer Offenblende fotografiert, das sieht man. Ähm, ich habe das selber ausprobiert. Und ich habe, glaube ich, die gesamte Nacht tatsächlich, Nacht, kein Blitz, trotzdem mit ISO 800 fotografiert. Das ist problemlos möglich. Offenblende ist hier in dem Moment ein sehr, sehr gutes Mittel. So, toller Nightshot, gut geblitzt, nicht zu hell, top. Jawohl. Die Lichtsetzung finde ich super, hätte sie aber die Augen öffnen lassen. Ja gut, das ist jetzt meine Frage. Das ist gerade tatsächlich das Thema, ob das Absicht war, dass sie so nach unten schaut. Ähm. Treppe wirkt schief, aber sie wirkt gerade. Ja, richtig, richtig. Es wirkt irgendwie so ein, das Bild wirkt so ein bisschen, als hätte man versucht, zwei Sachen zu kombinieren. Hm. Mir gefällt das Rot-Blau. Ja, richtig. Das Blau hätte nur irgendwie an anderer Stelle sein müssen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Licht ist, wo das da hinten herkommt. Es sieht so ein bisschen, und es geht auch so ein bisschen durch den Kopf durch. Also, normalerweise sind solche Treppen von beiden Seiten so beleuchtet. Warum nicht die andere Seite mitnehmen, dass man so eine Linienführung hat. Also gut, alles Interpretationssache. Geht viel. Ähm. So. Oh, da ist er ja sogar. Ach, da ist der Sebastian, ja cool. Dann kann er aber auch was zu dem Thema sagen. Deswegen mag ich diese Livestreams und deswegen mache ich es nicht als YouTube-Aufzeichnung. So. Ähm. EOS R Sigma Art, äh, 50. Sekunde Blender 1.8. Richtig. Und dann brauchst du ein ISO-Wert gar nicht so hoch hieben. Genau. Ähm. Du hast das Sigma 50mm, ja. Geil. Ist eine geile Linse. Das ist 35er auch. Das war eigentlich nur ein Schnappschuss nach dem Shooting, aber mir hat das sehr gut gefallen. Ja, richtig. Mir gefällt es auch geil. Geiles Licht. Definitiv. Es ist nur teilweise so ein bisschen, ähm, ja, dass man nicht genau weiß, was jetzt die Emotion ist, die das Bild transportieren soll. Schönes Bild. Ich finde es schön, dass das Geländer auf das Motiv leitet. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Ähm. Und geil, dass das Geländer beleuchtet ist. Ja, fette Location. Wo ist das? Okay, das muss jetzt, äh, tatsächlich der Sebastian erklären, wo man die Location findet. Du googelst doch gerne, such mal. Na, Moment. Und, das googel ich jetzt tatsächlich. Das ist wahrscheinlich so weit weg von mir, dass es sich nicht lohnt, da hinzufahren. So. So. Das ist die Phenno, Phenomena, Phenomena, ja, tatsächlich in Lüdenscheid. Und, also sie ist vorübergehend geschlossen, aber ich könnte da problemlos in zweieinhalb Stunden hinfahren. Okay. Wir sehen uns um elf. Kleiner Scherz, alles gut. Äh, nee, auf jeden Fall, mega cool. Ich mag es, wenn man solche Locations da findet. Ähm. Habe ich gerade hier, sieht man da mal andere Fotos? Ihr seht die nicht? Oh, Wahnsinn. Ah, jetzt weiß ich auch, was das blaue Licht ist. Moment, ich ziehe euch das gerade mal rüber aufs andere Fenster hier. So, so sieht es dort aus. Und da ist das Geländer beleuchtet und es war tatsächlich quasi so, wie ich dachte. Es ist auf der anderen Seite ebenfalls so. Weiß jetzt nicht, wie es ausgesehen hätte. Und das ist das blaue Licht hinten dran. Also, danke, danke, dass du die Info hier mit reingebracht hast, wo das Ganze ist. Also, wer hier in der Nähe wohnt, sollt es auf jeden Fall mal anschauen. Die haben, boah, die haben echt coole Sachen. Auch hier sowas. Bildgestaltungstechnisch sind da einige geile Dinge mit dabei, gerade nachts. Auch hier. Cool. Und Spiegelung und sowas. Ja, also. Okay, das war tatsächlich, wie ich dachte, von den Seiten rot und das im Hintergrund. Ich hätte es tatsächlich aus dem Hintergrund rausgelassen. Aber gut, das ist jetzt wieder jeder, wie er es möchte. Ich finde das Bild vom, ähm, auf jeden Fall geil gemacht. Richtig, richtig cool. Okay, dann machen wir jetzt mal eine ganz kurze Pause, dass ich mal um die Ecke gehen kann und mal meinen Kaffee auffüllen. Ihr könnt gerne das gleiche tun und wir sind in zwei bis drei Minuten wieder da. Ich würde euch gerne Musik abspielen, aber, äh, ja, das geht momentan leider nicht. Weil die müsste über das Mikrofon laufen. Dann muss ich es so laut machen, dass ich meine eigene Stimme nicht mehr verstehe. Und, äh, ja, lassen wir es lieber. Okay, ähm, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt noch hier eins, zwei, drei, vier, fünf Bilder, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und natürlich auch, äh, vielleicht noch das ein oder andere Bild in den E-Mails. Das werdet ihr allerdings gleich sehen. Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 So, gleich mal wieder reingehen. Nicht, dass ihr denkt, ich halte hier noch eine Sitzung oder sowas. Hello, hello, back again. Ich hoffe mal, ihr seid alle noch da. Ja, natürlich, einmal kurz Pause gemacht. Ach, gleich macht die Hälfte hier. Warum wird mir wieder aus. Warum wird mir das? Ich habe es eigentlich nicht eingeblendet. Ich habe es eigentlich nicht eingeblendet. Perfekt, aber hauptsache, aber hauptsache, hauptsache es geht. So, Kaffee ist wieder am Start. Dann kann ich auch wieder weitermachen. So, etwas H2O geholt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wasser ist auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das Moment, ich muss gerade mal die, die wir schon durch haben, alle mal irgendwo hinschieben, dass ich hier nicht durcheinander komme. Und dann können wir das auch speichern. Oh Gott, wie schreibt man Philipp? Hier. Philipp gibt es 20 Schreibweisen und ich habe immer das Talent, die falsche zu erwischen. So, da kam noch eins. Ich glaube, der hat schon eins. Wir machen heute mal keine Doppelten. Heute mal keine Doppelten. Da kommt jetzt zur Not beim nächsten Mal noch mit rein. Keine Sorge. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder noch. Die nehmen wir heute mal mit ran. Da bist du definitiv nicht alleine. Ja, genau. Irgendwo hinschieben klingt ja nett. Ja, wie gesagt, ich brauche Ordnung. Ich habe jetzt einen neuen Ordner gemacht, wo... Moment, wir nennen ihn mal Done. So. Irgendwas muss man ja machen, sonst verliert man Überblick bei den ganzen Fotos. Das ist ja hier vollkommen normal. Ähm... Ne, Philipp gibt es ja mit PH, mit F, mit Doppel P, mit einem P, mit Doppel L, mit einem... Boah, das ist ja... Oh! Ich muss mein E-Mail-Programm wieder beenden. Oh, da kam ein Foto von Fabian noch. Dann nehmen wir den Fabian noch mal mit rein hier. Hast du schon eins geschickt? Du hast schon eins geschickt. Du hast schon eins geschickt. Ist das gleiche von dir hier, ne? Ja, mal gucken. Wenn Zeit ist, nehmen wir dich mit rein. Passt jetzt schon. Jetzt machen wir es mal wieder zu. Ähm... Sonst kriegt ihr ständig hier mein E-Mail-Pling mit rein. Und, äh, wir gehen wieder auf, äh, die Bilder zurück. Denn, äh, wir haben hier tatsächlich eins von Fabian. Ich hoffe mal, das ist nicht der gleiche Fabian. Weiß ich nicht genau. Vielleicht haben wir nicht nur mehrere Matthiasse hier drin, sondern, äh, auch mehrere Fabians. Okay, äh, ja, ganz viele. Hahaha. Ich hab hier manche Leute tatsächlich, die schicken so viele Bilder. Ich könnte teilweise Bildkritik folgen nur mit Einzelpersonen machen. Nur von denen. Aber es soll ja gleichmäßig verteilt sein. Hahaha. So, also. Ähm... Das Bild... Ich find's schon mal cool, dass, äh, du diesen Haareffekt mit rein bekommen hast. Ich hab den tatsächlich zwei, dreimal probiert, aber es sah irgendwie immer komisch aus. Von der Seite ist der gar nicht mal schlecht. Ähm... Auch... Schön aufrecht, ja. Keine komische, vergrüppelte Pose, was ja öfters mal passiert. Klar ist das jetzt ein Foto, das, äh, ja, ich sage mal, belichtungstechnisch schon ein bisschen hart an der Grenze ist. Aber man sieht's auf jeden Fall noch. Es geht noch. Es ist nicht so übertrieben. Man sieht auch, es war schon relativ dunkel. Eine vierhundertstel Sekunde haben wir hier. Blende 1.8, glaube ich. Ja. Richtig. Iso. Sehe ich gerade nicht, aber war auf jeden Fall hoch. Ich finde den Iso-Wert nie. Könnt man aber groß irgendwo draufschreiben. Iso-Wert oder sowas in der Art. Bitte, bitte schreibt keine, keine Werte auf eure Bilder. Das war jetzt keine direkte Aufforderung. Okay. Ähm, also. Das ist definitiv nicht einfach zu fotografieren, weil man nicht immer abschätzen kann, wo die Bewegung später endet. Ich finde es cool geworden. Es ist eine schöne Silhouette. Ähm, der Hintergrund ist jetzt ein bisschen, ja, sehr dunkel. Da kann man das jetzt nicht so, das, das, das hebt, das, äh, sie hebt sich jetzt nicht so stark vom Rest ab. Aber ich finde es auf jeden Fall eine tolle Idee. Toll finde ich auch, dass man die Spiegelung hier unten so schön sieht. Was ich jetzt schade finde, ist, dass hier oben selbstverständlich die Haare abgeschnitten sind. Ich habe schon gesagt, äh, es ist nicht so einfach sowas zu fotografieren. Aber gerade wenn man sieht, wenn man, wenn man weiß, wenn man merkt, dass so eine Bewegung passieren wird. Und dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, weil es passiert, so ein bisschen aus dem Bild raus gehen könnte. Geh doch mal zwei Schritte zurück. Dann hast du viel Platz und zur Not schneidest du oben ein bisschen was weg. Das geht ja. Wir haben ja alle Megapixel ohne Ende in unseren Kameras. Und, äh, wenn ich, ich habe schon Bilder zugeschnitten. Da habe ich mit Sicherheit, äh, 70, 60, 70 Prozent vom Foto weggenommen. Und ich hatte immer noch problemlos, was ich, 7, 8 Megapixel oder sowas. Es reicht, es reicht. Ihr müsst gar nicht so übertreiben. Macht das ruhig mal, dann, äh, hat man auf jeden Fall noch ein bisschen Spiel nach oben. Klar, rauscht dieses Foto. Finde ich jetzt allerdings nicht so schlimm. Sieht man ein bisschen. Ich denke mal, man wird das auch im Stream sehen. Weiß ich gerade nicht. Könnte man sehen. Ja, sieht man im Stream. Finde ich nicht so schlimm. Das ist jetzt wirklich was, äh, das ist, äh, Jammern auf, äh, hohem Niveau. Die meisten sehen das tatsächlich nicht. Das ist eher was, was Fotografen sehen. Ich finde es tatsächlich ein cooles Bild. Hätte mir jetzt nur gewünscht, dass man oben ein kleines bisschen mehr sieht. Aber unten dafür nicht weniger. Das ist ganz wichtig. Also, dass, dass man diese Spiegelung sieht, das finde ich tatsächlich cool. Vielleicht einen Ticken weniger. Aber, äh, ja. Richtig. Habe ich was zu gesagt? Mal gucken, was der Rest noch sagt. Hier. Ähm, ja, leider abgeschnitten. Richtig, richtig. Nicht schlecht. Ich finde gut, dass nur blau und gelb vorherrschen. Ja, finde ich ebenfalls. Die Idee spielt mir schon lange vor, aber noch nie geschafft umzusetzen. Ja, Koska, da musst du es mal, ne, setz es mal in die Tat um. Ganz ehrlich. Ähm, ist nicht einfach. Weiß ich selber. Habe ich selber schon, äh, oft genug versaut. Äh, wo wir dann gesagt haben, das klappt irgendwie nicht. Da muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das richtig hinbekomme. Aber ich finde es gut. Sehr gut. Kannst mal reinschreiben, wie viele Versuche du gebraucht hast. Hahaha. Äh, sorry. Hat er heute, äh, selbst mit unserer kleinen Siebener-Besetzung ein Shooting. Hab die Bilder angeschaut. Sind geil geworden. Okay. Matthias, verstehe ich gerade nicht. Äh, toll, wie die Wasserbewegung mit drin ist. Ja, finde ich auch. Der Typ macht Feinart-Fotografie, der uns fotografiert hat. Ist auch was Geiles. Matthias Butz, hast du schon mal gemacht? Nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Ah, okay, das war gerade die Erklärung zu dem vorhin. Gut. Ähm, das Ganze im Hochformat fotografieren. Na, ich glaube, dann geht so ein bisschen die Umgebung verloren. Das gehört ja auch mit dazu. Ich mag tatsächlich Hochformat. Äh, Querformat. Ähm, und diese ganzen Wellen, die gehören dazu. Das ist alles so die Spiegelung, die braucht man in dem Moment, damit das Motiv sich so ein bisschen abhebt. Ja. Ging leider nicht höher. Sonst wäre die Kamera anders geworden. Haha, 50 Versuche locker. Oh, ja, genau. Richtig. Ging nicht höher. Was meinst du damit? Vom Winkel her? Schritt weiter zurück oder sowas? Hätte doch gehen sollen. Ja, 50 Versuche, da kommt wieder meine Geduld. Ja, manchmal braucht man es tatsächlich. Manchmal braucht man es tatsächlich. Ich habe auch schon viele Dinge so unglaublich oft fotografiert. Und tatsächlich, die aufwändigsten Dinge sind bei mir meist die, äh, die, die wenigsten Versuche brauchen. Da, wo es wirklich drauf ankommt, da kriege ich es irgendwie aus irgendeinem Grund so sofort hin. Ganz ähnlich, die muss doch, die muss doch Nackenstarre gehabt haben, wenn die 50 Mal jedes Mal hier so Haare hoch und, oh, ich habe es von einmal schon fast. Ähm, also Respekt, Respekt. Ähm, ich habe es einmal gemacht, dass ich einen Kampfsportler fotografiert habe und der hat, äh, eine Gipsplatte auf der Brust zertreten bekommen. Wirklich so mit einem, mit einem Hackentritt von oben. Ich weiß nicht, wie die das nennen, Axtritt oder sowas. Gibt es bestimmt irgendeine coole Formulierung. Äh, auf jeden Fall. Wir haben vier Versuche gebraucht. Und wir hatten, glaube ich, sieben oder acht Gipsplatten da. Und es war mit Studioblitz. Das heißt, ein Shot, der perfekt sitzen musste. Kein Serienbild, kein irgendwas. Da kann man ja doch mit Serienbild ein bisschen was machen. Also, cool. Das Ufer war sehr steil, sonst hätte ich von unten fotografieren können. Ach so, das meinst du. Okay, ich verstehe. Macht man das mit Serienbild oder drückt man einfach ab? Also, das würde ich tatsächlich mit Serienbild machen. Ähm, du kannst sehr viel, zum Teil viel vorhersehen. Ähm, und kriegst es auch irgendwann auch ohne Serienbild hin. Aber Serienbild macht es halt viel, viel einfacher. Je nachdem, wie schnell deine Kamera ist. Also, das wäre jetzt wirklich ein Foto für eine A9 oder eine 1DX oder sowas in der Art. Wenn die ja mit 20 Bildern pro Sekunde das reinhauen, dann, äh, kriegt man es vielleicht bei zwei Versuchen hin oder sowas in der Art. Also, da geht noch viel, viel mehr. Äh, aber Serienbild hilft auf jeden Fall. Auch wenn es nur so 5, 6 Bilder pro Sekunde sind oder sowas, wie es manche Kameras halt hinbekommen. Die kann, glaube ich, 6, die ich hier habe. Aber geht auch. So, hätte da bestimmt Serienbild gemacht. Ja, definitiv. Serienbild auf jeden Fall. Trotzdem, klar, muss halt alles stimmen. Mit Haare fliegen richtig und Wasser ist nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Die dürfen ja nicht komplett vollgesogen sein, sonst, äh, ja, fliegen die am Stück einfach nach hinten. Dann sind die nicht so wie hier. Also, ganz ehrlich, ähm, schreib mal ein bisschen was, was du dir, was du vielleicht, wie du es vielleicht umgesetzt hast. Was dir, äh, was es besser gemacht hat, was es schlechter gemacht hat. Vielleicht ist das wirklich was, ähm, was dir in dem Moment, äh, was anderen in dem Moment helfen könnte. Die RP ist für sowas schon zu langsam, 4 Bilder. Ja, gut, man muss halt nehmen, was man kommt. 4 Bilder sind immer noch besser als 1. Ganz ehrlich. 4 Bilder sind immer noch besser als 1. Und die, äh, und so eine Sportkamera, wenn die mit dem Serienbild voll läuft, mit wirklich 20 oder noch schneller, das ist auch für viele Situationen zu viel. Ich hatte ein Porträtshooting mit der A9. Ich habe für ein Porträtshooting in einer halben Stunde 600 Bilder gemacht. Ich habe die heute alle noch. Ähm, ich habe vielleicht 8 oder 9 bearbeitet, die dann fertig waren. Es ist doch, was ist das für ein Ausschuss, ey. Ich meine, gut, schadet ja nichts, kostet ja nichts, aber trotzdem. Außer Blattenspeicher. Ja, auf jeden Fall, coole Idee, coole Umsetzung. Gefällt mir. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch ein bisschen mehr Input von Fabian. Wenn ich, ist auch nicht schlimm. Muss nicht. So, nein, gut. Dann, äh, oder vielleicht brauchst du ein bisschen, um es zu schreiben. Sorry, ich wollte da jetzt nicht zu schnell vorweggreifen. Ähm, machen wir gleich weiter mit dem, äh, mit dem nächsten Foto. So, vielleicht merkt man es. Ich habe einen neuen Stuhl hier und ich habe mich noch nicht so eingewöhnt. Gefällt mir noch nicht so. Braucht doch, glaube ich, einen anderen. Mal schauen. Okay, wenn du was reingeschrieben hast, können wir vielleicht noch mal nachgucken. Ansonsten, ich mache jetzt mal kurz weiter. Kannst ruhig noch was schicken, dann gehen wir noch ein bisschen genauer drauf ein. Wir machen mal, ach, den haben wir auch im Chat, den Stefan. Der kommt jetzt auch noch dran mit seinem Foto. Ähm, so, da sind wir. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Foto ist zu scharf. Wir gucken mal, was du für eine Blende genommen hast. Steht das da? 5,6 dürfte es sein. Ja. Richtig. Okay, 18,55 Kilo-Objektiv. Geht nicht weiter auf. Alles gut. Kein Problem. Sollte jetzt kein Hindernis sein oder sowas in der Art. Aber es ist tatsächlich so, klar sieht man in dem Foto das Hauptmotiv, dieses Gebäude. Aber ich finde, rundherum ist das Bild sehr, sehr unruhig. Ganz viele kleine Blätter und Details, die man hier überall hat. Und das lenkt so ein klein bisschen hier von meinem Hauptmotiv ab. Ich hätte wirklich versucht, das rauszuhalten. Ich weiß natürlich, dass es nicht immer geht und dass es nicht immer funktioniert. Aber, ähm, ich hätte mir einen Winkel gesucht, bei dem es weniger ist. Zumindest einmal weniger. Dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt, der mich öfters stört. Bitte erstellt Schwarz-Weiß-Fotos nur dann, wenn, äh, ja, sie auch einen Sinn haben. Äh, das Problem ist mit Schwarz-Weiß-Fotos, dass sie viel Kontrast brauchen. Wir brauchen einen großen Helligkeitsunterschied zwischen dem Motiv und dem eigentlichen Hintergrund. Sonst wirken die einfach nicht. Wir haben keine Farbe. Wir müssen das irgendwie, äh, anders ausgleichen und da trotzdem eine Blickführung mit reinbringen. Und, ähm, einfach Schwarz-Weiß ziehen kann oft helfen, ja, aber es ist halt auch oft so, dass, ähm, die Bilder dadurch ihre Wirkung verlieren. Und gerade wenn du sehr viel Natur mit drin hast, würde ich das eher vermeiden. Weil Natur, ähm, wir erwarten jetzt hier Grün oder Gelb. Es ist wahrscheinlich eher im Winter fotografiert. Ähm, oder jetzt vor kurzem kann man das irgendwo sehen. Ja, November, 10. November. Das ist ja gar nicht mal so lange her. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir Farbe erwarten, weil wir sehr viel Natur sehen. Deswegen würde ich die Farbe tatsächlich nicht rausnehmen. Ähm, und ein bisschen mehr Kontrast. Also, klar, Schwarz-Weiß-Bilder sind entweder sehr minimalistisch oder sehr kontrastreich. Würde ich auch eher in diese Richtung gehen. Das wären jetzt so mal die Punkte, die ich im ersten Moment hätte. Und deutlich, äh, diese ganzen Bäume so ein bisschen raushalten. Nicht so komplex machen. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, geh ruhig auf Details. Geh ruhig mal an irgendeiner Stelle näher ran. Entweder hinlaufen oder reinzoomen oder was auch immer du für Möglichkeiten hast. Du wirst eine Möglichkeit finden. Ähm, und fotografiere halt einfach Details, wenn du störende Elemente hast. Geht auch super. Kann man auch tolle Bilder machen. So, ich gucke jetzt gerade mal rein. Ich glaube, äh, na, tatsächlich noch nichts. Ist nicht schlimm. Ähm, ja, soviel zu diesem Thema. Ähm, schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Ich würde jetzt hier vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrast. Einfach, um hier jetzt mal was anderes noch rauszuholen. Ticken mehr Kontrast. Wir gucken mal, wie das wirkt. Na, wird sehr schnell zu dunkel. Na, das ist okay. Das ist zu viel. Es funktioniert tatsächlich nicht so einfach. Gut. Ja, vor allem, weil, äh, ich, äh, nicht in Lightroom bin leider. Hahaha. Okay, gut. Wir schauen jetzt einfach mal. Hab dir eine Mail geschickt, wenn du die Verlängerung geben möchtest. Ja, wir schauen mal. So, hab noch eine alte 7D als Zweitkamera. Als die neu war... Moment. Als die neu war, war das eine Sportkamera. Heute sind 7 Bilder pro Sekunde zu wenig. Aber mit ein bisschen Übung reichen auch 4 für fast alles. Man muss einfach nur etwas üben. Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, es ist manchmal tatsächlich auch zu viel. Ich hab jetzt tatsächlich... Ich hab heute wieder Hochzeit fotografiert. Und, ähm, das reicht. Das reicht. Wenn du jetzt kein Sportfotograf bist... Selbst wenn du Sportfotograf bist, reicht sowas. Aber, ähm, ich find's oft übertrieben, was teilweise für Bildfolgen in den Kameras eingebaut sind. Und, äh, man braucht's nicht immer. Man braucht's tatsächlich relativ selten. Und es verursacht halt auch sehr viel Datenmüll. Was machst du mit den Bildern, die alle überschüssig sind? Benutzt du die jemals? Nee. Schmeißt sie alle weg. Oder sie vergammeln auf der Festplatte. Weil du dir denkst, vielleicht benutze ich's irgendwann mal wieder. Nicht übertreiben. Hab ich tatsächlich... Meine erste Berührung hatte ich mit so hohlen Bildraten mit einer D5. Weißt du die? Ich glaub schon. D5. Das ist die, äh, Sportserie von Nikon gewesen. Mittlerweile gibt's die, glaub ich, gar nicht mehr. Bin ich mir grad nicht sicher. Die hatte auch so ein... So ein... So Power. Und, äh, es war schon lustig, das mal mit anzuschauen und mal dazuzuhören und mal zuzugucken. Und er hat schon geile Bilder gemacht. Und auch viele, viele Bilder gemacht. Aber man braucht's meistens nicht so übertrieben. So. So. Schwarz-Weiß bei Bäumen finde ich schwierig. Aber die Perspektive beziehungsweise... Ach so. Aber tolle Perspektive beziehungsweise Blickführung. In bunt ist es auf Instagram. Dann gucken wir doch mal. Hier. Wenn das schon so sagt. Moment, das schreibt man mit Punkt. Ja, da ist es. Gefällt mir tatsächlich besser. Ich hätte es sogar so zugeschnitten, wie du es hier zugeschnitten hast. Nur, also hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Muss ich jetzt selber gucken. Moment, ich warte mal, bis der Stream hier angekommen ist. Ne, ich glaub, man sieht's nicht. Ich muss ein bisschen den Schärfebereich halten. Okay. Ähm, ja, sieht man auf jeden Fall. Jetzt auch hier ein bisschen mehr zugeschnitten. Das ist dann tatsächlich nicht mehr so extrem mit dem Ablenken. Es wirkt besser. Ja. Genau. Also, soviel zum Thema Schwarz-Weiß. Ähm. Gucken wir mal hier weiter. Du hättest dich eventuell auf den Baum setzen können. Und von weiter oben fotografieren. Hätte ich zumindest da ausprobiert. Auf den Baum sitzen. Ja, das ist... Ich hab tatsächlich auch schon auf Bäumen gesessen. Sogar schon mal für ein Video. Wahnsinn. Ähm. Und hab mich auf einem Baum gefilmt. Und ein Glück ist keiner vorbeigelaufen. Das sah echt bescheuert aus. Aber, äh, ja. Lustiger Einfall. Mit Radialfilterkontrast auf das Gebäude. Äh, ja. Wäre tatsächlich eine Idee, dass man wie so eine Art Vignette drumrum setzt und die Bäume noch abdunkelt. Wäre eine Möglichkeit. Da wäre jetzt tatsächlich die Vignette echt was Cooles. Die könnte hier extrem helfen. Aber das Bild auch zerstören. Manchmal ein bisschen schwierig. Also, äh, Stefan, schau mal, wie man eine Vignette macht. So, also ich finde es gut, dass man was lernen kann, wenn man was einschickt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja Sinn der Sache. Das will ich ja mit jedem erreichen. Mit jedem Foto möchte ich erreichen, dass ihr, äh, beim nächsten Mal was Neues ausprobiert, auf neue Gedanken kommt. Auch wenn ihr das Foto selber nicht eingeschickt habt. Ähm, wenn ich in Bausitze komme, Robin Hood und will den Baum retten. Hahaha. Ja, geil. Äh, finde es in Farbe auch besser. Schwarz-Weiß benutze ich nur, wenn ich farbstichige Fotos habe. Wenn du farbstichige Fotos hast, Eskito, dann, äh, musst du gucken, wie du es in der Bildbearbeitest und korrigierst und nicht einfach Schwarz-Weiß machen. Schwarz-Weiß ist der einfache Weg. Das kriegt man auch anders hin. Im Übrigen, gucke mal, Stefan, dass du nicht alles mit AI-Servo fotografierst. Guck dir mal mein Fokus-Video an. Nicht alles AI-Servo fotografieren. Kleiner Tipp. Ähm, genau, nee, aber tatsächlich, Schwarz-Weiß nur dann nehmen, wenn man Schwarz-Weiß fotografieren will. Ich habe tatsächlich, äh, ich bringe das jetzt gerade mal kurz rein, auch wenn das jetzt so ein kleines bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Wir haben sogar gleich ein Schwarz-Weiß-Foto, das sehr gut passt. Ähm, ich gehe her, wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, haben wir in den Bildern oft viel Kontrast und das Motiv hebt sich stark vom Hintergrund ab. Hier. Das linke ist jetzt extrem, weil es bei Nacht fotografiert wurde, aber beide haben einen starken Kontrast und es war Absicht, dass ich Schwarz-Weiß fotografiert wurde. Nur, dass man mal, äh, so ein klein bisschen Gedanken dafür bekommt, was ich in dem Moment auch meine. Ähm, hier ist mir die Straße im Hintergrund vielleicht ein Ticken zu hell gewesen. Kann man jetzt auch nicht immer was dran ändern, aber, äh, äh, es ist zumindest mal, äh, was in die Richtung, wo ich sage, das, äh, ist was, was ich in Schwarz-Weiß fotografieren könnte. Im Übrigen hier auch, ich habe hier auch die faule Version genommen, um die Farbstiche zu korrigieren. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Gut, so, dann, Stefan, ich hoffe, du konntest was lernen. Wir holen uns jetzt mal ein Bild von Julius und Bow, wo hei, nice, sehr gut. So, machen wir mal hier ein bisschen höher, dass der Text nicht drüber ist. So, jetzt gucke ich gerade mal. Schwarz-Weiß ist für mich der letzte Ausweg, wenn alles andere nicht funktioniert. Okay, gut, sollte jetzt kein, äh, Vorwurf sein oder sowas. Ähm, ganz, ganz ehrlich, Ticken weiter runter gehen. Perfekt. Ich wüsste nicht, was ich selber anders gemacht hätte. Das Gesicht vielleicht noch ein bisschen heller. Aber hier oben, ein ganz klein wenig, nicht so viel. Vielleicht hier so, so angeschnitten. Moment, ich mache das gerade mal, dass man es vielleicht mal sieht. Dann dafür unten so ein klein bisschen mehr. Öh, Command K war das, genau. Sowas in der Art. Und vielleicht ein bisschen hier das Gesicht aufhellen. Gucken wir euch, was ich hier machen kann. Nur so ein Ticken. So was. Reicht schon. Hammer Foto. Hammer Foto. Fotografiert. 35, 1, 4. Yeah. Beste Brennweite überhaupt. Geil. Ne, auch hier super scharf. Da scharf, wo es sein soll. Oh, da ist ein Haar quer geflogen. So was kann man noch wegreden. Versuchieren. Muss man jetzt aber nicht. Kann man theoretisch auch lassen. Aber ganz ehrlich, geil. Geil. So. Gucken wir gerade mal. Von ihr kam der Anruf vorhin. Ja, von der Nathalie auf der linken Seite gerade von den zwei Bildern. Sehr schönes Porträt. Sehe ich ähnlich so. Also nicht von ihr. Sie kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht Person ein bisschen mittiger. Tatsächlich. Tatsächlich. Der Schnitt an der rechten Schulter ist ein bisschen weiter als der von der linken. Also. Vielleicht so zuschneiden. Ne, Moment, muss man gucken, dass es auch wirklich das Gesicht ist tatsächlich mittig. Die Nasenspitze ist genau in der Mitte. Hier. Das wirkt nur von der Schulter her so. Ich weiß jetzt nicht, was man halt in dem Moment als Punkt nehmen möchte. Ob man wirklich den Hals nehmen will. Sie hält dann den Kopf ein bisschen schief. Das liegt jetzt quasi so. Das ist jetzt wirklich aber Minimalstarbeit. So übertreiben würde ich es tatsächlich nicht. Mega Foto. Fühlt sich beim Anschauen warm an. Ja, super. Ach, geil. Ja, nee, auf jeden Fall. Geiler Sonnenuntergangslook. Schöne Farbstimmung. Auf jeden Fall. Hammer. Cool. Cool. Mehr kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Gut gemacht. So, ich habe irgendwie Dreck unter der Tastatur. Äh, unter der Maus. Die kratzt so ein bisschen. Ich hoffe mal, das hört man nicht. Ja, das, was man jetzt noch ändern könnte, das ist wirklich minimale Feinheit. Ich denke mal, die meisten würden das gar nicht sehen. Es ist von Julius Hannes Rexer. Boah, was ein Name. Oh, du bist sogar hier. Oh, geil. Haha, super cool. Ich finde es so cool, dass alle Leute hier mit drin sind, die die Bilder gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Ne, nice. Klar, meine Punkte wären jetzt tief ein bisschen anheben, oben ein bisschen noch wegschneiden. Das hat ja Kirchfutter auch gerade gesagt. Aber ich finde es passt eigentlich auch ein bisschen dunkler. Es ist gar nicht mal so schlimm, dass es ein bisschen dunkler ist. Man könnte jetzt noch hergehen und so ein bisschen auf die Retusche gehen, aber okay, das ist jetzt was. Wirklich, wirklich. Das wird den meisten Leuten nicht auffallen. Das bringt jetzt bei dem Bild nicht so ultra viel, dass man sagt, boah, anderes Foto oder sowas. Gibt immer so ein paar kleine Punkte, aber ich finde es nice. So, tiefen anheben heißt etwas heller machen. Tiefen anheben heißt jein, etwas heller machen, nicht ganz. Es gibt ja, man teilt ja das Bild grundsätzlich in unterschiedliche Helligkeitsbereiche auf. Zum Beispiel Lichter, das sind die helleren Bereiche, das ist hier die linke Gesichtshälfte, das ist hier hinten so ein bisschen der Himmel, also alles, was etwas heller ist. Und man teilt das in dunklere Bereiche, also die Tiefen. Es gibt noch mal eine Extreme, nämlich weiß und schwarz. Schwarz ist wirklich das ganz, ganz dunkle und weiß ist wirklich das ganz, ganz helle. Wenn man jetzt so ein bisschen die Lightroom-Variante nimmt, heißt in anderen Programmen vielleicht ein bisschen anders. Und mit Tiefen oder mit Shadows aufhellen meinen wir eigentlich nur den Gesichtsbereich so ein bisschen und den Mantel, weil der Mantel hier natürlich auch recht dunkel ist. Ich habe ja vorhin gezeigt, das ist eigentlich ein Regler und der macht jetzt nichts anderes. Guck mal, der Himmel, der wird fast gar nicht beeinflusst, auch die linke Gesichtshälfte wird nicht beeinflusst, sondern wirklich nur das, was im Bild dunkler ist. Und so kann man so ein bisschen mehr Dynamik mit reinbekommen. Genau. Ah genau, Tiefen heißen in Lumina, glaube ich, Schatten. Genau, vielleicht kommt es mit diesem Ausdruck besser klar. Genau, nee, Schatten, Tiefen, früher hieß es in Lightroom, glaube ich, sogar Anhebung oder sowas in der Art, irgendwas ganz komisches. Genau, nee, aber das war auch das, was ich meinte. Matthias erklärt es, ich hätte dir da jetzt einen abgebrochen im Chat. Ja gut, kein Thema, kein Thema, alles gut. Kein, gar kein Problem. Das ist ja das, wir sind hier alle auf unterschiedlichen Ständen und ich finde es auch saugeil, dass man hier halt einfach mal unterschiedliche Fotos bekommt. Jetzt sowohl vom Wissensstand, auch von der Motivart oder sowas in der Art. Klar sind wir alle auf einem unterschiedlichen Stand und ich will jetzt auch niemanden ausschließen, weil er sagt, ich fotografiere noch nicht so lange oder ich habe noch keine Ahnung, jeder kann hier mitmachen, ganz klar. Ich finde es auch toll, dass wir komplett unterschiedliche, wir hatten schon Dessous hier, wir hatten schon, ich glaube, ACT tatsächlich noch nicht. Dürfte ich hier, glaube ich, auch gar nicht mit reinnehmen, muss ich den Stream auf 18 plus stellen oder sowas. Würde ich dafür sogar machen, wäre mal eine ganz coole Idee. Auch weil ich selber, komplett ACT habe ich selber tatsächlich noch einmal fotografiert, einmal tatsächlich. So, dann, das nächste Foto ist von Patrick. Na, gucken wir mal hier. So, das ist jetzt schon mal ein sehr gutes Beispiel für Schwarz-Weiß, weil wir sehr viel Kontrast haben. Ich fange mal mit dem Hintergrund an. Ich muss ganz ehrlich sagen, die linke Seite gefällt mir recht gut. Sie ist sehr hell, es ist tatsächlich eine Hauswand, also man kann auch mit sowas coole Bilder machen und einen gleichmäßigen Hintergrund hinbekommen. die rechte Seite stört dafür ein bisschen mehr, sie ist ein bisschen zu krass vom Dunkeln her und lenkt so ein klein bisschen ab und bei ihr, sie steht halt schon im direkten Sonnenlicht. Das ist schon ein bisschen hart. Sieht man auch hier an den Wimpern, an den Schatten, an der Nase, ist ein bisschen Geschmackssache. Es gibt tatsächlich Fotos, bei denen sieht das richtig gut aus. Es gibt auch Leute, die sagen, mir gefällt dieser Look vollkommen in Ordnung. Hier finde ich ihn tatsächlich ein bisschen arg. Es passt so ein bisschen zum Schwarz-Weiß, ja, aber ich finde den Nasenschatten ein bisschen arg. Gefällt mir jetzt nicht so, was das Licht angeht. Und auch der Ausdruck, sie sieht ein bisschen unglücklich aus, habe ich das Gefühl. Ich finde es Schwarz-Weiß, vom Schwarz-Weiß-Look, von dem Kontrast-Look, ich wollte fast sagen von der Farbe, weil wir haben ja keine, finde ich es mega gelungen. Nur ihr Gesichtsausdruck ist schon so ein bisschen so, hm, als hätte sie keinen Bock auf das Shooting. Genau so wirkt es tatsächlich. Ja. Nee, gerade in dem Moment sieht man halt, dass die Poren extrem hervorgehoben werden. Es geht tatsächlich, es ist nicht so krass, wie ich das gedacht hätte. Vielleicht ist es auch ein bisschen bearbeitet. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber gerade hier der Schatten an der Nase, gerade der Schatten an den Lippen, an den Augen, am Kinn. Das finde ich ein bisschen krass, obwohl mir das Schattenspiel mit den Haaren auf der rechten Seite schon ein bisschen besser gefällt. Hätte man vielleicht ein bisschen gucken müssen, wie man sie vielleicht dreht, nochmal so ein bisschen weiter nach rechts oder weiter nach links. Muss man ein bisschen schauen, ist gerade bei knalliger Sonne, bei direktem Sonnenlicht ein bisschen schwierig. So, das ist sogar gestern gemacht, vorgestern. Wir haben den 28. Am 25. ist es gemacht, richtig cool. 50 mm Blendenz für 8, jawohl. 3.200. Okay, gut. Ja, passt soweit eigentlich. Einstellungen sind gut. Jetzt gucken wir, was hier noch andere mit reinnehmen. So, ah, cool, danke Leute. Das ist für, was, das ist was für Beamte? Akten fotografieren? Akten? Wieso Akten? Ach so, Akt. Ja, okay, ich hab's kapiert. Dann kommt mal ein Aktbild dazu, wenn du das willst. Oh mein Gott, du bringst ein Aktbild, wenn du mir eins schickst, gerne. Aktfotografie ist gleich nackte Haut. Okay, steht, würde ich so in Wikipedia reinschreiben. Sollte ein Joke werden. Nee, kein Problem. Mist, bin kein Beamter. Jetzt kann ich keine Aktbilder mehr machen. Oh, gut, ja, nachdem wir, nachdem ich jetzt irgendwie so ein falsches Thema vorgegeben habe und das Ganze in eine Richtung ging, die wir in Deomit vielleicht nicht wollten, hat jemand noch Infos zu dem Bild? Porträt sieht auch gut aus, okay. Hab ja schon einige Punkte dazu gesagt, vielleicht fällt irgendjemandem noch was auf. Genau, da wirkt schwarz-weiß tatsächlich. So, so ist das auch gemeint. Einfach anderer Kontrast. Es ist ein komplett anderes Wirken und ich denke mal, es wurde auch speziell so fotografiert. Ich hätte nur geguckt, Hintergrund bisschen anders, Sonne aus irgendeiner anderen Richtung, das ist in dem Moment zu krass. Ja, hartes Licht und schwarz-weiß sieht gut aus, aber halt auch nicht in jeder Situation. Gerade, wenn der Nasenschatten so ein bisschen übertrieben ist. Dann, in dem Moment tatsächlich, hätte eine höhere Sonne wirklich ganz gut ausgesehen. Muss man probieren. Muss man probieren. War vielleicht 15 Uhr zu spät. Aber gut, wir haben November. Glücklich, dass du ganz glücklich sein, dass du überhaupt hier, Patrick, Sonne mit reinbekommen hast. Also, schon mal ganz cool. Foto war am Mittwoch auf dem Balkon. Die Sonne war echt stark. Ja, okay, da ist er ja, der Super-Pad. Genau, ja, also ich habe ja schon ein bisschen Input zu dem Thema gegeben. Hast ja jetzt schon ein paar Infos bekommen, was du vielleicht anders machen kannst. Ah, Balkon, deswegen, das hier ist das Geländer. Ah, cool. Wenn man noch so ein paar mehr Infos kriegt. Ja, vielleicht noch ein Stückchen weiter von rechts fotografieren und gucken, dass vielleicht so Fenster oder sowas nicht genau hinterm Kopf rauskommen, sondern dass das eher gleichmäßiger ist. Gerade so störende Elemente direkt hinten dran, dass das so durch die Köpfe geht oder sowas, wirkt alles mal ein bisschen eigenartig. Direktes Sonnenlicht ist immer schwierig zu fotografieren, aber ich finde es schon mal von Anfang ganz gut. Ja. Okay, dann, next. Das war das Bild. Das war tatsächlich das Foto, bei dem ich gedacht habe, Alter, was habe ich denn da geschickt bekommen? Nicht vom Motiv her, sondern weil das 50 MB hat. Huhu. Wow. So, sehe ich jetzt mit was für einer Kamera das fotografiert wurde? Das wäre vielleicht mal interessant. Das würde ich gerne mal wissen. Sony. Ach, die R. Alpha 7 R 2. Okay. Ich glaube, ich habe keinen Namen dazu. Ich kann mal gucken. Habe ich den jetzt vergessen? Gerade noch mal kurz durchgehen. Es ist von Patrick. HEPA Photography heißt er auf Instagram. Dann schreiben wir das gerade mal hier noch in den Dateinnamen rein. HEPA Photography. Oh mein Gott, ich habe auf Anhieb was richtig geschrieben. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also, geiles Foto auf jeden Fall. Eine Perspektive, die man definitiv so nicht findet. Ich finde die Linienführung echt geil. und ich finde auch echt cool, dass du es geschafft hast, genau hier den Heißluftballon zu platzieren. Sehr, sehr cool. Auch schön noch so ein bisschen die Landschaft darunter, die ist so leicht unscharf. Weißt du, man hat den Fokus auf dem Seil. Vielleicht hätte der Fokus auch andersrum ganz gut ausgesehen, dass der auf dem Ballon und auf dem Untergrund ist und dass das Seil unscharf ist. Hätte man ausprobieren sollen, weiß ich nicht genau. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist, dass die Sonne so krass da durchscheint. Vielleicht so ein ganz Ticken weiter runter. Aber ich weiß, du warst wahrscheinlich damit beschäftigt, hier so am Felshang zu hängen und versuchen, den Ballon da genau reinzukriegen. Und da war die Sonne im ersten Moment mal egal. Das wäre jetzt halt noch so ein bisschen das Over-the-Top gewesen, wenn die Sonne auch noch hinter dem Seil gewesen wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann, ähm, gucken wir mal, glaubst du, bist du hier im Chat? Oh yeah! Semtex. CH, genau, das ist der Name hier auf Twitch. Ähm, geiles Foto. Definitiv geiles Foto. Ja, hier der Heißluftballon. Schön mit drin, also richtig gut gemacht. Und du musst mal gucken hier, ich sehe Sensorflecken. Haha, finde ich immer. Ähm, danke für das Feedback und die Tipps. ja sehr gut, sehr gerne, gar kein Problem, Patrick. Ähm, kann es sein, dass ich das Foto kenne? Kennt ihr euch untereinander? Das wäre ja mal was. Welches Objektiv ist das denn und ist das Fokus-Stacking? Fokus-Stacking ist das nicht. Das ist kein Fokus-Stacking. Du siehst schon, dass der Fokus genau hier lag und dass das hier schon wieder unschärfer wird. Das ist jetzt, ähm, Blende 22. Deswegen aber so viel Schärfe und deswegen ist auch hier die Sonne ein Stern. so, ähm, Kritik gibt's keine, perfektes Bild. Hahaha, ja richtig, vielleicht der, hier unten, das Stück noch wegschneiden, dann fängt die Linie genau in der Ecke an. Oh, manchmal komme ich auf so Ideen hier. Moment, kriegen wir das noch hin? So, so, jetzt geht's von Ecke zu Ecke. Hat aber auch schon so ein bisschen diesen weiten Look verloren. Ja, ja, ich weiß noch nicht genau. Das wäre, glaube ich, so was, wo ich das, ähm, da könnte ich jetzt eine Stunde vorher dran sitzen, noch so ein bisschen reinschneiden, ein bisschen rausschneiden, ein bisschen rein, ja, ja, okay, okay. Schwierig, schwierig. Kein Fokus-Stacking 16,35. Ja, klar, also, äh, du hast das, äh, wer hat die Frage mit dem Fokus-Stacking gebracht? Ähm, Kirchfoto? Du hast ja tatsächlich den Fall, dass wenn du, ähm, mit einem Weitwinkel fotografierst, ist der Schärfebereich größer und, äh, dadurch, dass Blende 22 war, war auch der Schärfebereich relativ groß. Leichte Unschärfe haben wir hier mit drin und der Schärfebereich geht quasi so etwa von hier bis, glaube ich, bis zur Sonne, also nicht bis zur Sonne, aber bis hier oben, der Rest ist hier unten schon leider leicht unscharf, also, nö, Stacking ist das nicht. So, tolle Linien, jawohl, richtig, Megabild, finde ich auch. Wirklich genial, geniales Bild, ich mag auch den Sonnenstern, aber die sind ja immer Geschmackssache, ich mag sie meist sehr, ja, gut, okay, 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 gut, ihr kennt euch untereinander, das ist doch schon mal schön, vielleicht kenne ich ihn auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich da schon mal was gesehen habe, ich schaue euch ja, ich schaue mir die Instagram-Profile mal öfters an, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit Namen. Aber ja, ich glaube, ich glaube, du warst schon öfters mal in Livestreams mit dabei, kann ich mir jetzt, könnte ich jetzt nicht beschwören. Und der Stadi folgt dir, haha, direkt gesehen, ich sehe alles. Gerade ein Abo dagelassen, okay, cool, Moment, mein Mod spielt mal wieder verrückt, Abo ist ein verbotenes Wort. So, ja, Patrick, es geht um Megawolle und SM-Tex-CH, die kennen sich untereinander. Okay, cool, also, schönes Foto, finde ich ebenfalls, kann man so lassen, dann next. Kommen wir gleich mal auf das vom Philipp hier zu sprechen. Geh auf, so, ist das auch so groß? Acht Megabyte, geht ja noch. Okay, also, Philipp, schon mal ganz gut geworden, ich finde es schön, dass du, äh, ein bisschen mehr in dem Foto hast, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, oder ob du die Zapfen hier mit reingelegt hast, wenn, Respekt, ähm, es ist, ein Ticken hell, ich glaube, das hattest du sogar in der E-Mail geschrieben, dass es ein Ticken hell geworden ist, ähm, sowas könnte man korrigieren, ich probiere es gerade einfach mal, so ein bisschen runter, nicht so viel, nur so ein bisschen, ähm, und, ich wäre tatsächlich, na, ich weiß nicht, ob ich von der Perspektive her weiter runtergegangen wäre, von der Sicht des Pilzes im ersten Moment ja, und es ist auch ein bisschen schief, ich kann leider nicht korrigieren, ob es gerade oder schief ist, jetzt in der Software, ähm, ähm, aber es ist ein Ticken schief tatsächlich, wenn ich so ein klein bisschen noch gedreht, und, ähm, vielleicht ein bisschen runter, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich finde es ganz schön, Pilz ist Hauptmotiv, vielleicht den Hintergrund noch ein Ticken abdunkeln, oder sowas, das ist jetzt viel Bildbearbeitung, ja, ja, fotografisch finde ich es tatsächlich nicht schlecht, auch wenn es hier so ein paar Sachen scharf sind, die eigentlich nicht zu dem Pilz mit dazu gehören, aber das gehört halt dazu, was hast denn du für Einstellungen genommen, ähm, 50 mm, es war 1.8, das ist ja mal geil, die EXIF-Daten sagen, entweder es war ein Sony 55, äh, ein Sony 50 mm, oder eine Tamron-Linse, geil, ich liebe EXIF-Daten, manchmal ist es tatsächlich, äh, mega bescheuert, ne, wenn du ein 50.1.8 hattest, hättest du die Blende noch ein bisschen weiter aufmachen können, bestimmt, ich sehe gerade nicht, welche Blende benutzt wurde, 5.6, vielleicht ein Ticken weiter auf, gucken wir gerade mal, so, gerade ein Abo getan gelassen, besten Dank Leute, ja, auf jeden Fall, geiles Foto, das aktuelle Foto ist der Hammer, ich hätte Höhenangst bekommen, habe einen Freund, der für solche Bilder viel riskieren würde, ja, richtig, richtig, das vorherige im Übrigen, für die Leute, die jetzt gerade nicht mitkommen, ist im Chat manchmal etwas verwirrend, ähm, ich hinke da auch mal ein klein bisschen hinter, ich bin letztens im Wald hingefallen, deshalb nur 2 von 5 Punkten, alter Leute, ihr seid so geil drauf, ja, tolle Szene, mit etwas mit Mikrokontrast, würde man die Tropfen noch besser sehen, ja, nur so klein bisschen nachschärfen, das kriege ich glaube ich hier auch noch hin, na, so ein bisschen, oh, guck mal, plötzlich kommen die Details aus dem Pilz auch noch raus, also, ja, so ein klein bisschen nachbearbeitet, da sehen Bilder oft mal viel besser aus, ich denke mal, dass wenn man hier so ein bisschen runter geht, vielleicht die Sättigung so ein klein bisschen raus, an den grünen Tönen noch ein bisschen schraubt, geht hier sehr, sehr viel, den Mini-Ast noch weggenommen, du meinst, welchen meinst du, der, der hier quer durchgeht, den finde ich sogar nicht schlecht, da gibt es so ein bisschen Tiefe in diese ganze Geschichte, auch gerade, weil die, dieser Zapfen hier nicht unscharf genug ist, ich hätte ihn gerne unschärfer gehabt, deswegen habe ich gesagt, blende ein bisschen weiter auf, ähm, so, ich bin schon im Dreck fast am Boden gelegen, und der Pilz stand tatsächlich ein bisschen schief, ah, okay, aber das mit der Helligkeit nehme ich mir zu Herzen, und das mit der Blende ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, okay, gut, schön, wenn du deine Bilder dir anschaust, und auch mal reflektierst, ähm, was man vielleicht anders machen könnte, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, bisschen dunkler, blende ein bisschen weiter auf, kannst du ja mit der Belichtungszeit ein bisschen ausgleichen, das wäre kein Problem gewesen, an sowas denkt man dann erst später, ich habe auch schon oft genug Fotos gemacht, und habe mir gedacht dann, warum ist es jetzt ISO 6400, was zur Hölle hast du da eingestellt, ähm, ja, passiert tatsächlich, ist mir tatsächlich in München passiert, ähm, dass ich versehentlich ein Bild mit ISO 6400 gemacht habe, und na, ich glaube, zweitausendstel Sekunde, und das hätte man problemlos ausgleichen können, gut, passiert, kommt, kommt auch, äh, bei allen anderen vor, so, hätte es vielleicht dann, äh, Moment, hätte vielleicht den Ast, der in den Vordergrund, was, den Ast im Vordergrund entfernt, ein bisschen dunkler, sonst toller Pilz, äh, toller Pilz, Marco, Tolles Pilz, Marco, oh, ich, ganz ehrlich, ich brauche glaube ich eine Brille, ähm, im Übrigen ist der Kontrast der, gezeigten Bilder auch toll, einmal in schwindelnerregender Höhe, und dann tief am Boden, ja, oh, richtig, ich weiß was du meinst, ne, erstmal so, direkt unten, aber ich mag das tatsächlich auch, vor Jahren hatte ich selber noch Höhenangst, wie noch was, und, äh, mittlerweile ist es so ein Thema, äh, ich stehe in Italien, äh, mit Sicherheit 4 Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt, auf einem durchgerosteten Wassertank, und stelle dann fest, er ist noch voll Wasser, es geht 8 Meter runter, noise, ja, seither, irgendwie, ich hab das mit den Jahren verloren, ich mag sowas auch, so, das war Sony 50 Millimeter Linse, habe eigentlich die Helligkeit absichtlich etwas höher gesetzt, aber vielleicht zu hoch, ja, richtig, richtig, generell würde ich, glaube ich, lieber dunkler fotografieren, dann eventuell auffällende Bearbeitung, statt zu hell, ja, genau, das ist das, was ich meine, das ist auch das, was ich ständig predige, wo mir auch Leute sagen, so, nein, da verlierst du Dynamik, und was auch immer, aber, es ist tatsächlich so, dass es aus meiner Sicht ist einfacher, äh, aus meiner Sicht einfacher ist, zu dunkel zu fotografieren, um das dann aufzuhellen, man muss so ein bisschen, ne, ein Gefühl dafür entwickeln, und es auch rauskriegen, auch so vielleicht ein bisschen das Histogramm im Auge behalten, ähm, anstatt das zu hell zu machen, weil zu hell ist halt oft zu hell, das kann man nicht wirklich retten, so, also damit meine ich, ich habe die Helligkeit in der Bearbeitung höher gesetzt, die Farben waren auch nicht ganz so toll im Original, ja, gut, alles gut, ne, auf jeden Fall, gute Arbeit, gute Arbeit, Pilz hätte ich tatsächlich gerade gemacht, ich versuche mich immer so an prägnanten Linien zu orientieren, und egal, ob die Linien schief sind oder nicht, es ist das, was es beim Betrachter auslöst, und klar, ist der Pilz vielleicht schief, und vielleicht war es so auch gerade, und, ähm, kann sein, aber es zählt in dem Moment das, wie es im Endeffekt wirkt, und da wirkt halt der Pilz schief, so als wäre es schief fotografiert, nicht als würde der schief wachsen, es ist nicht alles gerade in der Natur, ist vollkommen normal, so, ich fotografiere auch lieber zu dunkel und hell dann auf, schön, super, das ist genau das, was ich meine, okay, dann, was haben wir noch, oh, ich glaube, ich bin jetzt so im Flow, ich mache jetzt mal weiter, wir haben zwar halb zehn, aber egal, egal, morgen ist Sonntag, so, also, ein Foto von Fabian, wahrscheinlich der Fabian von vorhin noch, wie lang bin ich denn live, zweieinhalb Stunden, ich bin zweieinhalb Stunden, ich glaube, wir machen noch eine halbe Stunde, und dann ist hier auch langsam mal gut, aber okay, wäre ich scheißegal, wir machen jetzt weiter, ähm, also, super Foto, ich habe so einen persönlichen, ich mag es tatsächlich persönlich nicht, wenn Models die Hand nach oben nehmen, ich finde diese Bewegungen, dieses Hand in die Haare nehmen, das finde ich was unnatürlich, das stört mich, es gibt Bilder, da geht's, aber das ist was Persönliches, das bitte nicht ernst nehmen, viele Leute mögen das tatsächlich, ähm, ansonsten, finde ich es ein geniales Foto, ich hätte vielleicht, ein bisschen tiefer fotografiert, von der Perspektive her, dass die Schienen nicht so prägnant sind, ich mit der Kamera weiter runtergehe, geht der Boden selbstverständlich, wird der flacher, dann wirkt das Bild ein bisschen tiefer, und, ähm, ich wäre auf jeden Fall hergegangen, und hätte, na gut, ich weiß nicht genau, wo die Knie aufhören, wo die Knie jetzt genau sind, hätte man es etwas schauen müssen, aber es stört mich gerade tatsächlich, dass der Rock angeschnitten ist, ähm, man sieht, dass der hier genau aufhört, der sollte hier nicht mehr arg weit weitergehen, ähm, wenn ich jetzt aber hergehe, und setze den Schnitt hier weiter runter, kann es sein, dass ich durch die Knie schneide, das sollte man ebenfalls vermeiden, würde ich nicht machen, aber es stört mich tatsächlich, dass ich nicht das Ende sehe, man kann im ersten Moment nicht sagen, geht der bis zu den Knöcheln, geht der bis zu den Knien, geht der bis zum Bildende, oder sowas in der Art, nee, es ist so ein bisschen, äh, so ein kleines Detail, das sich in dem Moment noch ändern würde, ja, sonst, sieht super aus, ist scharf, passt, alles gut, ja, so, mal gucken, was hier noch los ist, model ein bisschen weiter nach links, damit sie direkt in der Mitte steht, ähm, sie steht, glaube ich, in der Mitte, ist das das gleiche Problem, wie bei dem Bild von vorhin, dass die mittig steht, und einfach nur von der Körperhaltung, wirkt es so, als würde sie weiter rechts oder weiter links stehen, das kann sein, wir probieren es mal, Moment, der blaue Punkt symbolisiert die Mitte, tatsächlich, so, klar, ja, der Hals, der Hals und der Körper, die sind mittig, und der Kopf ist weiter links, also, ja, könnte man, könnte man, gute Idee, okay, ähm, mach doch auch, lieber gerade, wenn man die Sonne im Bild hat, bleibt man oft, was, bleibt oft nicht anders übrig, was, mach auch lieber, gerade, wenn die Sonne im Bild, das verstehe ich jetzt gerade nicht, Kirchfoto, okay, egal, äh, in der Mitte von den Schienen, Ah, ja, natürlich, die Schienen, stimmt, die sind nicht mittig, da hast du recht, das ist mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen, Frauen macht es oft automatisch, ja, ich weiß, ich mag es trotzdem nicht, ähm, in der Mitte, die Schienen würden sehr cool aussehen, jedoch ein sehr schönes Porträt, ja, auf jeden Fall, ich denke, sie steht mittig, irritiert, nur, weil man rechts die Schienen update, ja, richtig, aber die Schienen sind nicht mittig, das ist das, was wir, was wir gerade haben, finde ich jetzt gar nicht mal so extrem schlimm, aber es ist halt eine Linie, wo ich sage, es zerstört ein klein wenig die Symmetrie, ja, Tatsache, also da gebe ich wirklich, ich habe, ich wende sehr viel Zeit auf, um Leute mittig in Bildern zu positionieren, und was symmetrisch darzustellen, und sowas in der Art, also, ich nerve meine Brautpaare tatsächlich teilweise, dass ich sage, ein klein bisschen nach links, ein klein bisschen nach rechts, nach da, vorne, zurück, was auch immer, ne, aber bisher hat sich keiner beschwert, die sind alle nur happy, dass sie an der richtigen Stelle stehen, dass ihnen endlich mal einer sagt, was sie machen sollen, so, ich habe glaube mal den, das Pilzbild so gedreht, wie du es vorgeschlagen hast, und ich bin beeindruckt, wie sich die Wirkung ändert, darauf habe ich, darauf werde ich in Zukunft öfters achten, vielen Dank, gerne Philipp, dafür sind wir da, wenn ich hier Leuten weiterhelfen kann, und sagen kann, ne, das ist es, gerne, super gerne, gut, dann, schalten wir noch mal die Kamera hier rüber auf mich, und, ähm, wir gehen jetzt tatsächlich mal, sind wir erst einmal hier mit den Bildern fertig, und ich gucke noch mal ins E-Mail-Programm, Oha, Oha, da ist ja mal, das ist ja mal mega geil, zeige ich euch gleich, wir haben noch ein paar Bilder bekommen, ich bin jetzt tatsächlich heute, ich werde bis 22 Uhr machen, und, äh, was geht, das geht, so, jetzt muss ich gerade mal schauen, ist auch noch eins von Matthias mit drin, ja, ich gucke jetzt mal durch, ich ziehe jetzt mal, äh, ein paar mit rein, das ist ein anderer Matthias, als der Matthias, okay, wir sind hier zu viel Matthias, tatsächlich, tatsächlich, so, safe attachment, jetzt muss ich nur gerade mal gucken, dass ich hier, die richtigen, ich habe vergessen, die Namen reinzusetzen, damit ich das gleich auch den Kommentaren ein bisschen zuordnen kann, damit ich das gleich auch den Kommentaren ein bisschen zuordnen kann, blöd, blöd, dass hier beides so heißt, aber was will man machen, ne, dass ich auch noch so heiße, ach Gott, so, ich denke, ja, genau, ich finde den Weißabgleich etwas grünstichig, Moment, ne, nö, das würde ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, passt, also wenn ich mir jetzt das Kleid angucke oder die Haut angucke, da ist kein Grün drin, gut, so, ähm, ich habe gerade mal, achso, genau, das habe ich gerade, äh, wenn man die Sonne zum Beispiel bei Sonnenaufgang, Untergang mit im Bild hat, dann muss man eigentlich zwangsläufig zu dunkel fotografieren oder Verlaufsfilter verwenden, das meinte ich, ah, okay, okay, gut, gut, vier Stunden stehen auf dem Plan, ha, ha, mach ruhig länger, ich bin fit und hellwach, ja, sehr gut, ich bin wach von mir aus auch länger, oh, ja, genau, richtig, richtig, äh, als drauf, mal gucken, ne, so, halbe Stunde kriegen wir noch hin, dass wir die drei voll kriegen, die drei will ich heute noch voll kriegen, so, für gewöhnlich schreien bei Twitch ja immer alle nach 24 Stunden streamen, oh, was geht denn hier ab, 24 Stunden, das würde, ich würde das bestimmt auch hinbekommen, ähm, aber meistens ist es so, wenn ich die in die 24 Stunden Streams reinschaue, dann sind die eher langweilig, wollt ihr mir beim Zocken zuschauen oder was, das, äh, können wir gerne machen, aber, was bringt das, so, das sind die, die erledigt sind, haben wir jetzt noch eine halbe Stunde, ich glaube in der Zeit kriegen wir die vier Bilder durch, wenn nicht, äh, können die noch weitere schicken, haha, so, ganz ehrlich, Hammerbild, ich würde es mir in die Wohnung hängen, definitiv, definitiv, richtig cool gemacht, schön gerade, ich muss jetzt gerade mal schauen, ob diese Bergkette, es ist nicht 100% mittig, vielleicht auf der linken Seite so ein bisschen was wegschneiden, so, ich weiß nicht, ob du ein spezielles Format erreichen wolltest, jetzt, ist tatsächlich das hier mittig, was ist das denn, da ist so eine Lichtquelle, als wäre da irgendwas Besonderes, ist auf jeden Fall cool, und die Berge so fast so symmetrisch, gehen die hier weiter, auf beiden Seiten, nice, sehr cool, sehr cool, unten drunter die Wolken, und, äh, da ist irgendwie so noch orange, und alles mögliche, also das ist, äh, vielleicht ist auch Nebel, keine Ahnung, aber, wow, der Hammer, so, 24 Stunden ohne aufstehen, aufs Klo gehen oder essen, ähm, Dankeschön, kettet mich doch hier an, das Bild mit dem Shooting und dem Kürbis hast du nicht genommen, äh, oder die Star Trails, ja, ich hab bestimmt einiges noch nicht, richtig tolles Panorama, wie viele Bilder sind das denn, das würde mich auch interessieren, ein Landschaftsbild ist von, ist nicht von einem Anfänger, ich find's mega, ja, Dito, Dito, ich find's auch der Hammer, so ein Ticken hätte ich's noch zugeschnitten, einfach, dass man mehr Symmetrie mit drin hat, das ist das Original, da fällt, es fällt tatsächlich nicht so sehr ins Auge, man hat nur das Gefühl, also jetzt, wo ich's mal zugeschnitten hab, seh ich's, das ist aber wirklich mein Überperfektionismus, alles gut, ähm, die Dorflichter sollten rechts und links am Rand sein, ah, okay, deswegen, äh, schon wieder so ein Bild, bei dem ich direkt, äh, an einen Mac Hintergrund denken muss, das ist echt ein Kompliment, mega Foto, ja, ja, genau, richtig, wie, äh, hier, Moment, meiner, der ist ja aus irgendeinem Grund, warum geht denn der jetzt nicht auf Nacht, der sollte eigentlich, äh, auf Nacht wechseln, so, Sekunde, wo, wo ist denn das Desktop, bitte, das da, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's irgendwie ausgebaut, ich hab alles kaputt gemacht, wie immer, ähm, okay, vielleicht liegt es auch einfach am Stream, dass es nicht verändert, aber gut, andere Geschichte, äh, gut, so, also, ich mag das Bild, mega geiles Bild, finde ich auch, das ist der Eiger Mönch, Jungfrau mit Blick über Tun, oh, okay, gut, so, Koska muss weg, bis die Tage, mach's gut, schön, dass du da warst, ich versuch morgen sogar mal hier, vielleicht schaff ich's morgen zeitlich, dass ich noch einen Stream auf Twitch und Facebook gleichzeitig mal hinbekomme, ich werd's vielleicht mal ausprobieren, äh, danke, das ist im Übrigen eine einzige Aufnahme, ja, geht ja auch, also es muss ja nicht immer alles ein Panorama sein, welcher Brennweite 70-300, oui, nice, also, ich find's auf jeden Fall sehr cool, sehr cool, so, wenn ich jetzt mal gucke, oh, eine Sache fällt mir gerade tatsächlich auf, hier sind so ein paar Flecken drin, das könnten Sensorflecken sein, oder tatsächlich direkt auf dem Objektiv, hier neben, das ist jetzt so ein bisschen das Einzige, was mir gerade auffällt, das könnte man jetzt noch rausretuschieren, dass es ein bisschen gleichmäßiger aussieht, also es sind hier einer und da einer, die sind relativ prägnant, ich sehe manche Sachen so erst, wenn ich's mir mal genauer angeschaut habe, oder wenn halt nicht gerade hier eine 60-Watt-Lampe auf mich ausgerichtet ist, aber es passt, find's gut, find auch die Idee gut, dass hier nochmal Häuser sind, aber vielleicht dann hier so ein bisschen weiter noch dran machen, dranschneiden, gibt keine Dranschere, gibt's tatsächlich, in Photoshop gibt's Dranscheren, so, nein, Nikon damals mit einer D5300 APS-C aufgenommen, wieder der Beweis dafür, dass man keine teuren Kameras für geile Bilder braucht, so, sehr gut zurechtgeschnitten, fliegt super, könnte man, das könnten auch Sterne sein, das sind tatsächlich Sterne, das sind doch Sterne, hab ich gerade irgendwas im Chat verpasst, das hier sind Sterne, hier, hab ich recht, oder, dass das Sterne sind, was soll das sonst sein, ja gut, ich versuche jetzt gerade mal kurz, ob ich's schaffe, mein Hintergrundbild wieder reinzubekommen, ja, Tatsache, da ist es wieder, und jetzt hat's auch die richtige Uhrzeit, genau, es ist Nacht, wunderbar, das wollte ich erreichen, hab's erreicht, Sterne ja, aber da sind noch Sensorflecken drauf, ja richtig, zwei hab ich gefunden, zwei hab ich gefunden, okay, gut, dann, gehen wir mal weiter, wir haben noch, drei Fotos, und dann ist hier Feierabend, ein Bild von Simon, das, äh, hm, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, ich find die Farbe cool, ja, ist so ein bisschen sonnenuntergangsmäßig ausgeleuchtet, sieht alles relativ gleichmäßig aus, also auch von farblich, sieht sehr natürlich aus, so ein bisschen orange, ist schon, ist schon cool, ja, was mich jetzt stört ist, dass hier ein Hauptmotiv fehlt, ich weiß tatsächlich nicht, wo ich hinschauen soll, hier, haben wir, äh, ja, ich weiß nicht, Baumwurzeln, ist nicht wirklich das Hauptmotiv, dieser Steinbär, Steinhaufen, dieser Stein, dieser Stein, ähm, der ist von den Bäumen so ein bisschen verdeckt, ein bisschen weiter am Rand, ist auch nicht so wirklich das Hauptmotiv, dann die Bäume, das sind so ein paar Linien durchs Bild, also, die Idee war cool, aber, es fehlt das Motiv, ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll, ich hab keine Ahnung, also, hier wirklich extrem drauf achten, wir brauchen ein Motiv, wir müssen wissen, wo die Reise hingeht, was ich mir anschauen soll, und das sieht halt eher so schnappschussmäßig aus, wenn du es mal überlegst, du hast hier zwei sehr prägnante Bäume, die einen Rahmen geben könnten, und dieser Stein, der gehört eigentlich in die Mitte von deinem Bild, wenn das dein Motiv gewesen ist, also, das ist das Thema, wenn das das Motiv gewesen ist, äh, okay, ich hab dann wohl die Sensorflecken für zusätzliche Sterne gehalten, ja, es waren auf jeden Fall Sterne mit drin, es waren nicht alles Sensorflecken, Sensorflecken bewegen sich nicht, zumindest mal nicht während man eine Langzeitbelichtung macht, genau, also, sehr warmer Ton vom Sonnenlicht, hätte nur das Blau für den Himmel dunkler gemacht, kann man gut im HSL machen, dann würde es nicht so blenden, ja, okay, das finde ich tatsächlich nicht so schlimm, mich stört tatsächlich, es muss nicht immer technisch perfekt sein, haben wir schon öfters gesehen, hier in diesem Livestream tatsächlich sogar, das Bild vorhin mit dem Haaren und dem Wasser, das war technisch definitiv nicht perfekt, da hätte man noch einiges machen können, aber, man braucht ein interessantes Motiv, das man in dem Moment anschauen kann, und, äh, für mich ist hier kein prägnantes Motiv sichtbar, von daher, äh, ja, würde ich definitiv sagen, das braucht ein Bild, muss, bräuchte man auch hier, genau, das Motiv sollte eigentlich die rechte Kiefer sein, aber nicht, äh, näher ran, weil ich sonst im Bild eines anderen Fotografen gestanden hätte, okay, äh, dann warte kurz, dann ist, dann ist der ja weg, und dann kannst du das Bild nochmal machen, ich meine, gut, es war Sonnenuntergang, vielleicht, äh, ja, hätte es ein bisschen Zeit gekostet, wäre die Situation nicht mehr so gewesen, aber man kann sich ja absprechen, und wenn es die, wenn es die rechte Kiefer gewesen wäre, vielleicht ein bisschen weiter rechts fotografieren, dass du die linke nicht, also, das ist keine Kiefer, keine Ahnung, das ist ein Laubbaum, ich kenne mich wirklich in, in der Natur überhaupt nicht aus, ich kann Nadelbäume von Laubbäumen unterscheiden, und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, ähm, ich hätte die komplett drauf genommen, das zumindest einmal, dass es klarer ist, dass es sich um diesen Baum handelt, und vielleicht ein bisschen weiter nach links gegangen, dass der mehr freigestellt ist, dann hast du den Berg, oder die Steine halt nicht mit drauf, den zweiten Baum nicht mit drauf, und dann hast du mehr den Fokus auf genau das, genau, aber Matthias, deine Challenge war ein Motiv von dem Wohnort, wo der Fels ist, eben das, Mozi eventuell, was ist denn das Mozi? Ah, okay, und ach so, und dieser Fels ist das Motiv, unten drunter steht's, ähm, ein Motiv von dem Wohnort, in diesem, dieser Fels ist eben das Motiv eventuell, ja, aber selbst wenn der Fels das Motiv ist, ist der so, der ist hier, was will ich denn hier im Bild mit irgendwas, holt es mal wirklich in den Fokus, stellt es mal frei, guckt mal, dass es sich genau darauf ausrichtet, im Übrigen hoffe ich, dass ihr jetzt nicht Bilder geschickt habt, die ihr eigentlich für die Challenge nehmen wolltet, wenn ich schick's bitte nochmal an die Challenge Adresse, das hier ist Bildkritik, das hat mit der Challenge nichts zu tun, ganz wichtig, ähm, nicht, dass die Bilder dann in der Challenge fehlen, wenn wir das am 16. machen, ja, ich mach glaube ich ein bisschen viel, also, ähm, da war das Licht leider nicht mehr so schön, ja genau, das ist das, was ich meine, oder man spricht sich halt kurz ab, das geht ja auch, also, äh, ich, ich frag auch Leute so, äh, kann ich mal kurz, das ist ja, kann man ja mal schnell mal, mal machen, das ist ja gar kein großes Thema, ähm, ne, von daher meine ich, wenn das das Motiv ist, setzt den Fokus hier rauf, wenn's der Baum ist, setzt den Fokus auf den Baum, nicht Fokus im Sinne von Autofokus, sondern guckt das eben nichts anderes, Störendes, so mittendrin ist, zwei Schritte weiter links, ein bisschen weiter nach rechts, dass der mit drauf ist, hier den Untergrund nicht so extrem drauf genommen, dann kriegt man das schon deutlich besser hin, also, ähm, einfach mal gucken, ähm, so, im Gegensatz zum Laubfrosch sind Nadelfrosche im ganzen Jahr grün, oh, Nadelfrosch, mhm, du meinst die, die aufgespießt worden sind, die sind immer grün, ja, ähm, mein Fehler, kein Problem, ja, also, kein Thema, so, wenn du was schicken willst, schick's einfach nochmal an die Challenge-Adresse, so, das ist tatsächlich ein Bild, das, äh, sowas hat mich ja, glaube ich, noch nicht, es ist ein Schwein, es ist ein Schwein, und mir fällt direkt ein großer Punkt auf, weiter runter, noch weiter runter, es wirkt immer noch so ein bisschen von oben, wenn es den Kopf oben hätte, okay, aber, äh, gut, ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem, das wäre jetzt so das Erste, was ich machen würde, das Zweite, echt mal gut, wie gesagt, immer die Einschränkungen, es sind Tiere, Tiere sind nicht immer so 100% kontrollierbar, aber man kann das nächste Mal gucken, dass man vielleicht das macht, oder vielleicht das macht, ich finde es ganz cool, schöne Unschärfe mit drin, das Tier guckt sogar in die Kamera, ähm, eventuell jetzt noch ein bisschen kontrastreicher, nicht so viel, nur so ein Stückchen, dass es halt so ein bisschen dunkler ist, und nicht so, so grau wirkt, so ein ganz Ticken, ähm, dann kommt das nochmal ganz anders hoch, ja, sonst, cool, ist das auch ein Bild zum Wohnort, ich hoffe wirklich, dass ihr keine Challenge-Bilder hier reingeschickt habt, wenn nicht, machen wir es halt nochmal in der Challenge, vielen Dank für die Tipps, jetzt habe ich einen Grund, da nochmal hinzufahren, okay, sehr gut, ich hoffe mal, das Wetter ist auch, wenn du nochmal hinfährst, dann genauso geil, so, so weit kann ich nicht in die Knie gehen, hahaha, man muss sich auf den Boden legen, oder die Kamera auf den Boden stellen, das habe ich tatsächlich schon gemacht, die Kamera so, ich hoffe mal, das sieht man, so auf den Boden gestellt, dass wirklich, nicht nur der Batter, ich habe sie wirklich ins Hochformat genommen, weil ich einen Batteriegriff drunter hatte, und der dafür gesorgt hat, dass ich nicht weit genug nach unten gekommen bin, habe ich schon gemacht, also teilweise muss man es auch wirklich so ein bisschen quick and dirty machen, dass man vielleicht auch blind fotografiert, und hofft, dass man den Fokus trifft, habe ich auch schon oft genug gemacht, manche Fotos sind halt einfach Glückstreffer, so, ab in den Dreck mit der Kamera, richtig, so sieht es aus, genau, Lockmittel verwenden, ähm, mit was lock ich denn Schweine an, soll ich jetzt, äh, meine Kamera, ich reibe meine Kamera mit Schweinehormonen ein, hahaha, so, was, Stativ, so kleine Dinger kosten auch wenig, und Fernauslöser, Stativ und Fernauslöser, das Schwein ist doch schon direkt vor der Nase, muss nur ein bisschen weiter runter gehen, alles gut, passt schon, Fernauslöser, das ist ja dann noch mehr Glücksspiel, ja, und du musst das Schwein auch zur Kamera bringen, wenn es eher mit Menschen interagiert, ist es schon ein bisschen schwieriger, gut, so, ein Foto haben wir noch, ein letztes, dann ist hier vorbei, ja, wir haben noch neun Minuten Zeit, dann haben wir die drei Stunden voll, yeah, sehr, sehr cool, okay, letztes Foto ist auch von Matthias, oha, da haben wir ja sogar einen Mond mit drauf, das ist mir direkt aufgefallen, hier ist ein Mond, cool, ähm, so mal ganz spontan mit drin, ist echt nice, ähm, ist jetzt tatsächlich schwierig, ich finde es einen Ticken zu dunkel, das auf jeden Fall, wir gucken mal, ja gut, es soll halt auch so ein bisschen den Sonnenuntergangslook haben, wenn ich das so hoch drehe, sieht es aus wie in der Mittagssonne, ähm, ein bisschen, ein bisschen, das ist nicht zu dunkel, das sieht zu dunkel aus, nur so ein Ticken vielleicht noch heller machen, ähm, und ich weiß nicht, ob mir das schiefe gefällt, also ja, das ist nicht schief, das ist, äh, nach unten laufend, da hast du schon mal ganz gut an der Linie, hast du dich orientiert, es ist gar nicht mal schlecht, es ist gerade fotografiert, ähm, ich finde jetzt den Baum nicht so gerade ein interessantes Motiv, sei jetzt mal dahingestellt, für mich wäre es jetzt eher uninteressant gewesen, ähm, aber schon mal ganz gut, schön platziert, das ist auf jeden Fall, mal gucken, was haben wir hier noch mit drin, Schweine essen viel, und die sind, die sind nicht Heugel, hä, war ein schneller Schnappschuss von mir, ja, nee, alles gut, ähm, in dem Moment, äh, ist es ja auch, äh, gar nicht so schlimm, es passiert halt manchmal, ich sag nur, weiter runter, das sind die ganzen Tipps, die ich hier gebe, die sind nicht immer auf jede Situation anwendbar, und manchmal vergisst man es auch, also alles gut, gar kein Thema, so, genau, mich mit einem Tee, merke ich mir, okay, gut, ein Tee, zwei Tee, so können wir sie jetzt unterscheiden, ja, ich weiß nicht, äh, wenn es jetzt das letzte Foto ist, wollt ihr selber mal was zu diesem Bild sagen, ich fand es ein bisschen zu dunkel, ich finde das Motiv nicht gerade so mega interessant, aber gut, passt, vollkommen in Ordnung, ich habe euch, glaube ich, tatsächlich mit zwei Tee in beiden Fällen geschrieben, mit zwei Tee und H, so wie man mich schreibt, das ist jetzt einfach auch egal, irgendein Matthias hat das auf jeden Fall gemacht, ach so, ähm, Heugl heißt auf Schwäbisch, dass jemand alles isst, okay, wieder was gelernt, ich war tatsächlich mal in Schwaben, da habe ich aber nicht alles gelernt, ich habe versucht, äh, mir nicht den Dialekt anzueignen, weil ich neige dazu, ich war mal zwei Wochen im Osten, danach hat mich niemand verstanden, Dauert immer so ein klein bisschen, bis ich das wieder raus habe, ja, gut, also, ich habe so ein, zwei Punkte gebracht, vielleicht wollt ihr noch was sagen, ansonsten, ähm, Farben vom Baum sind schön, finde ich, ja, sagt der Matthias über das Bild von Matthias, hehehe, lustig, lustig, äh, sind ja unterschiedliche, von daher passt, nö, ich finde es einen guten Anfang, auf jeden Fall, ich hätte jetzt tatsächlich den Baum vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus genommen, ein bisschen mehr in den Vordergrund genommen, ähm, finde ihn aber als Motiv jetzt auch nicht so mega genial, vielleicht jetzt von der anderen Seite auch besser ausgesehen, du bist bei so untergehender Sonne, vielleicht wenn die Sonne so ein bisschen durch den Baum durchstrahlt, hätte besser ausgesehen, da hätte man auch nicht diesen, diesen blätterlosen Fleck gehabt, also es gibt immer Möglichkeiten, es geht immer sehr viel, ähm, ja, etwas heller sein könnte, das weiß ich schon, äh, ist das ein Sonnenstrahl, äh, auf der gelben Blume da hinten, auf der gelben Blume da hinten, das sehe ich jetzt tatsächlich nicht, weißt du, weißt du, weil es da heller wird oder was, sehe ich gerade nicht, oder hier, kann sein, ja, da waren Leute auf der anderen Seite, musst du die wegjagen, he he, nein, nein, äh, dazu möchte ich jetzt, äh, gar nicht mal so aufrufen, ich will einfach nur, äh, es ist nicht alles perfekt in der Fotografie, definitiv nicht, man kann nicht immer den perfekten Moment immer zu 100% erwischen, manchmal muss man das nehmen, wie es kommt, ähm, aber ich gehe tatsächlich her, äh, ich habe gemerkt, dass wenn du irgendwo fotografierst und einfach mal nett nachfragst, dass es so oft ist, ich muss teilweise nicht mal nachfragen, ich habe eine Kamera in der Hand, plötzlich machen die Leute Platz so, oh, guck mal, da fotografiert einer, da, komm, wir gehen immer noch auf Zeit, geil, gerade so ältere Leute sind da manchmal echt cool, ja, es gibt auch Leute, die machen das gar nicht, und die stehen dir direkt vor der Kamera, und du hast alles mal das Gefühl, wenn du einen Schritt weiter nach rechts gehst, machen die auch einen Schritt nach rechts, nur bei dir im Bild zu stehen und zu versauen, geht auch nicht immer, aber ich habe oft genug die Erfahrung gemacht, dass man einfach mal nachfragt, sich mit den Leuten unterhält, die stellen dann Fragen so, oh, was machst du da, wie machst du das, und so, die sind interessiert, so lernt man Menschen kennen, einfach mal ansprechen, weiß, ist schwierig manchmal, fremde Leute, aber ich habe bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht, es lohnt sich im Übrigen auch ein Brautpaar dabei zu haben, denn wenn du jemandem ein weißes Kleid, anziehst, wenn ein Brautkleid da ist, die dürfen fast alles, so geil, ich glaube, die dürfen in der Bank überfallen, und die Leute rufen noch, herzlichen Glückwunsch und klatschen, oder sowas, okay, ich übertreibe mal wieder, ich habe Kaffee getrunken, dann übertreibe ich gerne, also immer, so, okay, gut, dann gibt es jetzt, nachdem wir hier fast die drei Stunden voll haben, für euch einen kleinen Einblick, und zwar einen Einblick in etwas, wo ich hoffe, tatsächlich, dass ihr es mitbekommen habt, und das auch Leute jetzt, die hier mit drin sind, zugeschlagen haben, ich hätte tatsächlich, das Ganze, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich es wirklich vor zwei Stunden promotet hätte, und haufenweise Leute drin sind, ich meine, gut, ich habe den Link hier unten drin stehen, aber ich habe eine Bundle-Aktion, und diese Bundle-Aktion, die bezieht sich jetzt nicht nur auf diese, dieses Riesen-Bundle, das man kaufen muss, wo einiges sagt, dann so, was, oh, ne, nur das, nein, ich habe tatsächlich alles nochmal aufgeteilt, in spezialisierte Bereiche, Fotografie, Bildbearbeitung, Filmer, Bundle, und auch meinen Coaching-Bereich, wo alle Workshops mit drin sind, als Aufzeichnung, und selbstverständlich alle Kurse nochmal einzeln, also ganz ehrlich, hier bleibt kein Wunsch offen, hier ist alles mit drin, ich habe mir sogar Unterstützung geholt, weil ich selber Bereiche habe, wo ich nicht so gut aufgestellt bin, und mir gesagt habe, das geht besser, Christoph Göttling hat was zum Thema Smartphone dazu gesteuert, Stefan Schäfer hat einen kompletten Lumina-Kurs zugesteuert, Alexey Gofermann hat was zum Thema Photoshop-Composing dazu gesteuert, und die Nathalie, die wir vorhin hier am Telefon mit dem Livestream mit dabei hatten, die hat ein komplettes Preset-Paket mit reingepackt, die macht so Hammer-Bilder, und die Bearbeitung, das ist immer so ein Style, wo ich mir denke, wie machten die das, na, schau dich die Presets an, gut, wie sieht es jetzt aus, wenn ihr den Kurs habt, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, dass man meine Login-Daten nicht sieht, hupsala, man hat sie doch gesehen, nicht so schlimm, ihr könnt ja mal versuchen, das zu knacken, und mein 48-stelliges Kennwort oder sowas mit reinzubringen, ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, wie es aussieht, wenn man bei der Bundle-Aktion zugeschlagen hat, hier, man kriegt tatsächlich Zugriff auf jeden Kurs, jeder Kurs ist mit drin, unter anderem meine nagelneue Fotografie Masterclass, in der Masterclass, da sprechen wir genau über solche Themen, ich habe einen kompletten Part nur zum Thema hier, Bildgestaltung, wir haben eine Stunde lang nur Bildgestaltung, und wenn dir das immer noch nicht reicht, wenn du immer noch sagst, na, Bildgestaltung, ich will noch mehr zu dem Thema lernen, weil tatsächlich waren viele Punkte, die ich angesprochen habe, Bildgestaltungsprobleme, ja, guck mal hier, da gibt es hier oben Workshops, und dann gibt es hier ein Live-Coaching zum Thema Bildgestaltung, Live-Coaching zwei Stunden lang, nochmal einen draufgesetzt, nochmal mehr ins Detail gegangen, und das Ganze läuft noch, bis zum 6.12. und ich bin eigentlich jemand, ich versuche, möglichst wenig Werbung zu machen, ich will eigentlich nicht derjenige sein, der irgendwie, Hauptsache mit viel Reichweite, und jeder kauft meinen Kurs, aber ich bin ganz ehrlich der Meinung, es können sehr viele davon profitieren, es haben auch schon sehr viele zugeschlagen, und ich bin unglaublich dankbar dafür. So, Matthias schreibt gerade, wenn man einen Kurs kauft, hat man dann für immer Zugriff, oder ist das zeitlich begrenzt? Natürlich ist das nicht zeitlich begrenzt. Du kannst dir den so oft, so lange anschauen, wie du willst, es gibt eine einzige Grenze. Die Grenze ist an der Anzahl der Downloads. Die habe ich absichtlich eingebaut, weil ich nicht möchte, dass jemand sich so einen Kurs 200 Mal runterlädt, weil gerade irgendein Fehler drin ist. Das geht natürlich alles auf die Server-Performance, wenn einer versucht, was 200 Mal runterzuladen, und es funktioniert nicht richtig, Internet langsam oder sonst irgendwas, blockiert der natürlich das Gleiche, für alle anderen. Dann können andere nichts runterladen. Bisschen blöd. Wenn du jetzt sagst, ich habe es irgendwie versaut, und es funktioniert nicht, und ich habe die Downloads aufgebraucht, schreibst du mir eine Nachricht, fülle ich es wieder auf. Gar kein Thema. So, jetzt gucken wir hier gerade mal. So, wann machst du deine nächste Bildkritik? Wie lange läuft diese Aktion? Die Aktion läuft noch bis zum 6.12. Bis Sonntag nächste Woche. Ist das Big Bundle eigentlich die Akademie? Nein, die Akademie ist nochmal ein Schritt obendrauf. Akademie hat nochmal exklusiven Content. Akademie hat nicht nur Zugriff auf die jetzigen Kurse, sondern auch auf alle anderen, die neu mit dazukommen. Ich fand es tatsächlich schade. Ich war tatsächlich traurig, weil ich so viel gemacht habe und so viel rein investiert habe, und dann war ich in einem Live-Coaching, das es im Übrigen nicht bei den Kursen gibt, mit der Akademie, und habe plötzlich festgestellt, schön, dass ich euch das erzähle, dass es so eine Bundle-Aktion gibt, aber ich kann euch gar nichts anbieten. Ich habe gar keine Aktion für euch. Für euch ist einfach alles mit drin. Bei denen sind die Kurse einfach erschienen. Die waren einfach da, ohne dass sie irgendwas machen mussten. Die Workshops, die waren einfach da, ohne dass sie irgendwas machen mussten. Also, ja. Und wir treffen uns halt auch einmal die Woche im Live-Coaching. Wir waren am Donnerstag schon wieder zusammen. Wir sind auch nächste Woche, nicht am Donnerstag, sondern am Freitag, wieder zusammen. Finde ich mega cool. Und so, mal gucken, was gibt es noch für Fragen? Ach so, nächste Bildkritik, die steht noch offen. Auf jeden Fall Challenge wird das nächste sein. Die kommt am 16. Genau, richtig. Wenn man einen Zugriff, genau, Zugriffzeit nicht begrenzt. Nein, habe ich schon gesagt. Kannst du das nicht noch bis Januar laufen lassen? Warum bis Januar? Warum warten? Danke, schönen Abend noch. Dir auch, Esquito. Wir sind auch gleich raus. Nein, wird es nicht bis Januar geben. Eventuell läuft das Big Wandel noch ein bisschen weiter. Da bin ich noch unentschlossen. Auf jeden Fall. Die große, dieses große Paket, das alles komplett reduziert ist, das läuft nur noch bis, ja, sechsten, zwölften. Ach so, da hast du Geld. Ja, schreib mir mal eine Nachricht. Finden wir eine Lösung für. Kein Problem, finden wir eine Lösung für. Okay, dann, ich finde es jetzt mega toll, dass ihr alle mit dabei wart, dass wir hier wirklich drei Stunden lang hier live gewesen sind. Ich muss, glaube ich, mal eine Story machen. So. Das findet man noch hier in die Story. So, hallo, so fängt bei mir jede Story an. Zwölf Versuche. Hallo zusammen. Jetzt ist gerade der Livestream fertig. Also wir sind noch live. Die Teilnehmer, also die Leute, die jetzt gerade die Bildkritik anschauen, sehen gerade tatsächlich die Story mal von der anderen Seite. Und ich muss euch mal was zeigen hier. Drei Stunden. Der absolute Wahnsinn. Und ich bin mega happy drüber. Super gewesen. Und, äh, ihr könnt euch das demnächst auf YouTube anschauen oder die Aufzeichnung jetzt direkt auf Twitch. Also einfach mal vorbeischauen. Ich lade die Tage aber auch auf YouTube hoch. So, teilen. Okay, das läuft. So, danke für den tollen Abend. Waren viele tolle Bilder dabei. Ja, genau, der Meinung bin ich auch. Ich habe zu danken für Kritik, Anregungen und Tipps. Ja, richtig. Also, freut mich, dass es so super gelaufen ist. Es war auch für mich ein wunderschöner Abend. Mache ich gerne wieder. Termin habe ich tatsächlich aktuell noch nicht. Aber ihr könnt natürlich gerne an kritik.matthiasputz.com weiterhin Bilder schicken. Gar kein Thema. Ähm, wenn mal wieder genug sich angesammelt haben, wird es auch mal wieder so eine Bildkritik geben. Und, ähm, genau. Landet die Tage auf YouTube, dass ihr es euch in Ruhe anschauen könnt. Und, äh, ja. Ich überlege gerade. Gibt's noch was, was wir raiden könnten? Oh, yeah! Also, es sind zwei live, die ich gerne raiden würde. Einen kenne ich persönlich. Das ist der Bastel-Nerd. Der Bastel-Nerd geht gerne her und schraubt so ein bisschen an Computern. Ich weiß nicht, ob das was ist für euch. Ähm, der macht so Streaming-Setups. Richtig professionell. Bringen wir den Mail-Account zum Glühen. Ja, bitte. Bitte, sorgt dafür, dass mein Provider eine Nachricht schreibt, dass er voll ist. Gerne. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich rate ihn mal. Ich habe ihn bisher noch nicht geradet. Wobei, er hat eigentlich schon genug Zuschauer. Egal, egal. Ich bring euch mal rüber. Ihr könnt mal Stimmung machen. Könnt sagen, dass ihr von mir seid. Der kennt mich. Wir haben uns getroffen. Cooler Typ, cooler Typ. So, wir gucken mal kurz rein, was er macht. Oh, jetzt muss ich die Bewerbung angucken. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Immer zu irgendwelchen neuen Amazon-Serien. Äh. Ich habe tatsächlich kein Prime-Video mehr. Brauchen wir alles nicht. Okay. Gut. Egal. Ich bring euch mal rüber. Ich bring euch mal rüber. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja, bitte. Dazu will ich was sehen. Streaming-Setup. Sonst schreibt mal bitte, wie er heißt. Bastel-Nerd. In einem Wort. Aber wir raiden ihn direkt. Keine Sorge. Ich muss nur gerade hier ins richtige Fenster reinkommen. So, war das hier im Stream-Manager schon so lange gemacht. Ich finde es jetzt. Ja, Ray Channel. Tatsächlich. Da ist er. Also er ist da echt geil drauf. Er ist da echt Profi. Er ist da echt Profi. Und natürlich die Bundle-Aktion. Und natürlich die Bundle-Aktion. Also haut rein. Und schön, dass ihr dabei wart. Einen wunderschönen Abend noch. Jetzt muss ich tatsächlich schauen, dass ich hier durch die Verzögerung nicht einfach hergehe und meine Ansage hier überspringe. Wenn ich jetzt hier in dem Bild nach rechts schaue. Ja, sieht gut aus. Okay, Start-Rate. Hast du eigentlich ein Hashtag auf Instagram? Tatsächlich nicht.